Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, Teilnehmerinnen. Langsam tröpfeln alle herein. Wir warten noch ein kleines bisschen, bis wir viele sind und geben allen die Chance, den digitalen Raum zu betreten. Vielleicht ist das die Gelegenheit, schon jetzt zu sagen, wie die Dolmetsch-Funktion funktioniert. Wir haben Simultanübersetzung, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch. Und wenn Sie Übersetzung benötigen, klicken Sie auf den Button Dolmetschen, der in der rechten unteren Bildleiste zu sehen ist. Und dann wählen Sie einfach die gewünschte Sprache aus. Alles wird auch noch mal zum Nachlesen im Chat erläutert. So, welcome to all the English-speaking participants. Welcome to this normally annual conference. If you need a simultaneous translation, please press the button translation or interpreting is the sign and then choose your language, please. So, I switch again to German. Auf Deutsch vielleicht eine Information für alle Newcomer. Das ist die erste digitale Heinrich-Böll-Europa-Konferenz. Aber das ist eigentlich ein jährliches Format. Und schon jetzt lade ich mich alle herzlich ein, auch im nächsten Jahr dabei zu sein. Wir werden sehen, in welchem Format. Im digitalen, im analogen oder eben hybrid. Ja, ich sehe, wir sind fast 400 Teilnehmende. Leute strömen geradezu herein. Das kann ich hier an der Leiste sehen. Und ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen die 500er-Marke ab und starten dann noch eine Information für alle, die jetzt schon drin sind, die dann auch im Laufe der Konferenz zu erleben sein wird. Wir wollen natürlich dieses Format so interaktiv wie möglich machen. Und dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung uns überlegt. Das erste ist, es wird kleine Umfragen geben. Dazu kommt gleich mehr. Das zweite ist, Sie haben die Möglichkeit, ihr habt die Möglichkeit, über Q&A oder F&A, Question and Answers, schriftliche Fragen zu stellen. Bei den Panels insbesondere. Und später gibt es dann auch die Möglichkeit, Fragen per Audioschaltung zu stellen. Das werden die jeweiligen Moderatorinnen und Moderatoren dann erklären, wie das funktioniert. Ich bitte schon jetzt um Verständnis, dass es jeder und jedem klar, der oder die schon in vielen Webinaren war. Es ist immer nur möglich, eine kleine Zahl von Fragen zu beantworten. Aber keine geht verloren, weil die ja schriftlich vorliegen. Für alle, wir erreichen langsam die 500er, die versprochene 500er Marke. Ich hoffe, dass mit meinem Ton alles in Ordnung ist und wir gut zu hören sind. Noch immer kommen Leute dazu. Aber ich denke, wir fangen jetzt mit dem inhaltlichen Teil an. Herzlich willkommen nochmal an alle, die sich jetzt zugeschaltet haben zu unserer europapolitischen Konferenz Aufbruch für Europa in Zeiten der Krise. Wer hätte das letztes Jahr gedacht, dass das der Titel sein wird? Und hinzu kommt natürlich, das Timing könnte nicht besser sein. Alle Aufmerksamkeit liegt ja im Moment bei der Europäischen Union. Seit gestern hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, ihren Vorschlag Next Generation EU vorgestellt. Wir haben Bewegung gesehen aus verschiedenen Richtungen Europas und sind gespannt, was weiter passiert. Aber vielleicht erst nochmal ein kleiner Rückblick auf das, wo wir herkommen, was wir erlebt haben mit dem am Anfang des Jahres. Das ist ja eine ganz besondere Krise, eine nie dagewesene Bedrohung durch ein unbekanntes Virus. Wir erinnern uns nochmal an die Bilder aus dem italienischen Bergamo mit Toten, mit Särgen und mit all der Hilflosigkeit. Und wir erinnern uns an das nie dagewesene Herunterfahren des öffentlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens in ganz Europa in kurzer Zeit. Aber wir erinnern uns auch an die nationalen Egoismen, mit denen auch in Europa einzelne Länder reagierten und besonders bitter pünktlich zum 25. Jubiläum des Schengen-Abkommens waren Europas Grenzen dicht. Lieferketten unterbrochen, wirtschaftlicher, menschlicher Austausch kam fast zum Erliegen. Rhetorisch haben alle versichert, ja, wir sind solidarisch und Europa ist die Antwort. Aber lange ist nichts passiert, auch in Deutschland wenig. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass die Enttäuschung über Europa in Italien sehr, sehr groß wurde. Der Ton immer rauer und Frankreich dann in die Bresche sprang, um verzweifelt zu vermitteln. Und noch ist kein Ende dieser gesundheitlichen Bedrohung absehbar, auch wenn die schärfsten Maßnahmen langsam wieder aufgehoben werden. Und zugleich sehen wir schon Begleiterscheinungen, neue Begleiterscheinungen. Wir sehen eine Rückkehr des Populismus auf den Straßen, der sich sehr flexibel und sehr schnell thematisch angepasst hat und nun gegen die gesundheitsschützenden Maßnahmen polemisiert. Aber wir haben auch gesehen, viele von uns haben gesehen, dass die Luft plötzlich sauberer ist. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn Städte weniger Verkehr haben, ruhiger sind, Fahrrad- und Kinderfreundlicher sind. Aber wir wissen das alles um einen sehr, sehr hohen Preis, den Preis des völligen Stillstandes. Und um diesen Preis ist das Ende der Klimakrise, die uns heute noch besonders beschäftigen wird, nicht zu haben. Wirtschaftlich fürchten viele, dass wir in eine Rezession geraten. Das ist schon klar, dass wir in eine Rezession geraten, dass wir in eine Depression geraten, ist noch nicht klar. Davor gibt es eine große Furcht. Und ich glaube, es ist unter anderem diese Furcht, die Bewegung in die Europäische Union gebracht hat. Auch ein bisschen als gelte es, die alte Weisheit wiederzubeleben, dass Europa nur oder vor allem an Krisen wächst. Seite an Seite, zumindest an der digitalen Seite, haben letzte Woche Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron ihren Vorschlag für einen europäischen Wiederaufbaufonds präsentiert. Und zur Überraschung vieler zeigte der Mut und Weitblick Zuwendungen statt nur Kredite, europäische Anleihen statt Austerität. Also ein bisschen klotzen, nicht kleckern. Das könnte man vielleicht als Motto nehmen. Und gestern kam dann der Plan der Europäischen Kommission, der in der Summe den Wiederaufbaufonds ja noch bei weitem übertrifft, 750 Milliarden in Unterstützung auszuzahlen über den EU-Haushalt. Und alles in allem ein Anwachsen des EU-Haushaltes auf 2,4 Billionen Euro astronomische Summen, jedenfalls aus meiner Sicht. Der Plan von von der Leyen ist sicherlich auch eine Antwort auf das, was wir gesehen haben, den zunehmenden Intergouvernementalismus innerhalb der Europäischen Union und diesem zentrifugalen Auseinanderdriften der unterschiedlichen Interessengruppen in der Europäischen Union, wollte offensichtlich auch die Bundesregierung vorbeugen, weswegen sie das Bild vom Hamilton-Moment gewählt hat. Mir war vorher nicht viel bekannt über das Treffen zwischen Madison und Hamilton, aber es war der Moment in den Vereinigten Staaten, in dem die einzelnen Staaten das Schuldenmanagement an die Bundesebene übergeben haben. Und insofern hoffen wir, dass es auf dieser Strecke weitergeht. Darüber werden wir ja im Laufe der Konferenz weitersprechen. Ist das jetzt der lang ersehnte Aufbruch für Europa? Wir sollten skeptisch bleiben, denn nach wie vor liegt auch der Vorschlag der sogenannten Frugal Four, also der sparsamen vier unter der Regie von, dieser Plan, der erstellt worden ist, unter der Regie von Sebastian Kurz und Marc Rütte, ebenso vor als Gegenvorschlag und im Grunde genommen auch als Verhandlungsposition. Auch wenn einige der Bedenken in dem Plan von der Laien aufgegriffen worden sind, der Weg zu einem Konsens der 27 wird noch sehr lang. Aber auch aus unserer grünen Sicht gibt es Grund zur Skepsis. Vor allen Dingen beschäftigt uns natürlich die Frage, ob die milliardenschweren Konjunktur, aber vor allen Dingen die Investitionsprogramme eigentlich an ökologische Kriterien geknüpft werden. Oder fällt der Green New Deal, für den einige Vorschläge auf dem Tisch liegen, fällt der unter den Tisch? So nach dem Motto, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Und wer profitiert eigentlich von den europäischen Investitionen? Sind es dann wieder Unternehmen, die ihre Gewinne in Steueroasen verbuddeln? Oder sind es diejenigen, die am meisten unter der Krise leiden, beziehungsweise diejenigen, die bereit sind, etwas beizutragen zu einer zukunftsfähigen sozial-ökologischen Marktwirtschaft? Immerhin hat ja Bundeskanzlerin Merkel den Green New Deal, den Klimaschutz vielmehr, so hat sie das genannt, zu den Kernthemen gezählt, die die Bundesregierung während der Ratspräsidentschaft angehen will. Aber ich glaube, unsere kritische Stimme ist unabdingbar, insbesondere bei diesem Thema. Eine Fülle weiterer Themen ist natürlich zu sehen, die die Ratspräsidentschaft dieses halbe Jahr dominieren werden. Da ist der Haushalt als erstes Thema, da ist der Brexit als zweites Thema. Natürlich, das lässt schon ahnen, dass es mit der Priorisierung des Klimaschutzes schwierig wird. Und hinzu kommen natürlich auch die Herausforderungen, vor denen Europa auch im internationalen Kontext steht, die globale Klimakrise an erster Stelle, aber auch die humanitäre Krise, die an den europäischen Außengrenzen sich abspielt. Und ein Thema, das uns als Böll-Stiftung insbesondere beschäftigt, die Krise der Rechtsstaatlichkeit in verschiedenen europäischen Staaten. Also zusammengefasst, eine gewaltige historische Herausforderung erwartet die Bundesregierung in Brüssel. Wir begleiten das sehr eng mit unserem HBS, mit unserem Heinrich-Böll-Stiftungsbüro in Brüssel, kritisch, aber auch konstruktiv. Wir werden ein Web-Dossier, veröffentlichen das schon, ein ausführliches Web-Dossier und bringen vor allen Dingen unterschiedliche Perspektiven aus verschiedenen Ländern auf die Seite. Also schauen Sie gerne jederzeit vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Heute, europapolitische Konferenz, befragen wir digital und live Aktivistinnen, wir befragen Politikerinnen. Was erwartet ihr eigentlich von der deutschen Ratspräsidentschaft? Welche Themen, bei welchen Themen sollten wir Druck machen? Sollen wir etwas tun? Was ist jetzt wichtig? Was hat Priorität? Wo müssen Prioritäten verschoben werden? Und welche Impulse von der deutschen Ratspräsidentschaft erwartet ihr euch eigentlich? Bevor es so richtig losgeht mit der ersten Keynote, möchte ich am Anfang wirklich ein großes Dankeschön sagen. Dieses Format ist für uns nicht mehr ganz neu, aber es erfordert ganz neue Fähigkeiten und neuen Einsatz und deshalb danke ich unserem Kooperationspartner als erstes, der Green European Foundation und unseren Europabüros für die tolle Zusammenarbeit, sich auch auf dieses Format einzulassen. Und ich danke den technischen Diensten, ohne dass dies hier ja auch gar nicht möglich wäre, dem Team von David Rödler. Und ich danke den Dolmetscherinnen, die wir jetzt sozusagen live in ihren Kabinen nicht sehen, aber durchaus hören. Vielen Dank an Sie, Dank ans Tagungsbüro und natürlich an das Europateam der Heinrich-Böll-Stiftung, insbesondere Claudia Rote, Ulrike Pusch und Christine Pütz. Christine Pütz ist unsere Europareferentin und ihr übergebe ich jetzt das Wort für ein kleines Warm-Up in Sachen Umfrage. Christine? Ja, hallo, guten Tag. Auch ein Hallo von mir in die Runde. Wir würden zuerst gerne wissen, mit wem wir hier zusammen sind. Wir sind jetzt schon über 500 und unsere erste Frage ist deshalb, vielleicht kann die Regie das jetzt einblenden. Von wo schauen Sie uns zu? Wir konnten jetzt nicht alle 27 Mitgliedsländer hier als Antwortkategorien eingeben. Deshalb haben wir uns mal an die Himmelsrichtung gehalten. Nordeuropa, Südeuropa, Westeuropa, Osteuropa oder auch außerhalb der EU. Das ist jetzt rein geografisch gedacht. Das kann man ganz gefühlt ausfüllen. Allein wenn ich jetzt für Deutschland klicken müsste, hätte ich mehrere Optionen. Genau, die Umfrage ist gestartet. Hosen können nicht wählen. Die muss noch freigeschaltet werden. Kann die Regie die Umfrage freischalten, bitte? Ah, da ist sie schon. Super. Okay, wir haben einen deutlichen Überhang. Westeuropa, das liegt sicherlich daran, dass hier viele deutsche Teilnehmer und Teilnehmer zuschauen und sich hier in Westeuropa eingeordnet haben. Wir haben aber auch Nordeuropa ist vertreten mit 16 Prozent, Osteuropa 5, Südeuropa 2 und außerhalb der EU schauen uns auch einige zu. Gut, da haben wir ein erstes Gefühl dafür, wer hier heute dabei ist. Jetzt wollen wir ein Stimmungsbild einnehmen, ein erstes Stimmungsbild. Deshalb bitte ich um die zweite Umfrage, bitte. Mit welchen Folgen der Covid-19-Pandemie wird die EU am meisten zu kämpfen haben? Mit der wirtschaftlichen Rezession, den überforderten Gesundheitssystemen, der gesellschaftlichen Polarisierung, der Renationalisierung oder andere Probleme. Sie können mehrere Antworten hier anklicken. Mehrfachauswahl ist möglich. Da ist sie schon. Ah, das läuft noch. Gut, wir haben vor allen Dingen die wirtschaftliche Rezession und die gesellschaftliche Polarisierung als die beiden größten Probleme, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Aber auch Renationalisierung, genau, und das Gesundheitssystem. Das sind natürlich die verschiedenen Facetten und Dimensionen der Pandemie, der Covid-19-Krise, über die wir heute auch in den verschiedenen Podien sprechen werden. Und damit gebe ich wieder an dich zurück, Ellen. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, liebe Christina. Ich kann nur noch mal ganz herzlich alle begrüßen, die sich auch von außerhalb Deutschlands zugeschaltet haben. Das ist für uns einfach eine große Ermutigung und das macht richtig Spaß, wirklich zu wissen, dass wir ein europäisches Publikum und ein europäischer Diskussionskreis sind. So, jetzt aber ganz schnell zur ersten Keynote. Ich darf ganz herzlich begrüßen Leonore Gewessler. Sie ist für die Heinrich-Böll-Stiftung ein bekanntes Gesicht, denn sie hat in langen Jahren als Mitglied die Geschicke der Heinrich-Böll-Stiftung mitgesteuert. Und das war die Zeit, in der sie noch Umweltaktivistin war, in der sie Gründungsdirektorin der Green European Foundation war. Und jetzt ist sie Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie der Republik Österreich. Liebe Leonore, was braucht man mehr, um die sozial-ökologische Transformation in Österreich zu steuern? Ganz herzliches Willkommen und du hast jetzt das Wort. Dann sage ich ein herzliches Willkommen allen Teilnehmerinnen, liebe Ellen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir wirklich eine große Freude, dass ich heute bei dieser europapolitischen Jahrestagung einen Input geben darf. Ich erinnere mich wirklich außerordentlich gern an die Zeit in der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung, an die immer sehr spannenden, sehr bereichernden und auch fordernden Debatten, die wir geführt haben. Seit damals ist viel passiert und ich denke mir, kaum jemand, der heute in dieser Diskussion ist, hat wahrscheinlich am Jahresbeginn geahnt, in welcher Situation wir uns heute befinden werden. Ich kann ganz sicher sagen, wenn ich eine Vorstellung davon hatte, wie sich 100 Tage als Ministerin anfühlen werden, dann oder wie sie sich gestalten werden, dann ist es sicher sehr anders gekommen. Der Staat war außergewöhnlich und so wird auch die deutsche Ratspräsidentschaft aus meiner Sicht eine außergewöhnliche Ratspräsidentschaft. Und in mancher Hinsicht hat sie, und ich bemühe dieses Wort, auch Ellen hat es verwendet, sehr bewusst eine historische Aufgabe. Nämlich keine Krisenpräsidentschaft zu werden, sondern eine Zukunftspräsidentschaft und eine Präsidentschaft, die die Chancen nützt, die wir trotz dieser schwierigen Situation, die wir jetzt haben, auch sehen in dieser Situation. Natürlich hätte es jetzt auch vor Covid-19 schon genügend Diskussions- und Handlungsbedarf gegeben. Die Diskussion rund um den Green Deal, das Budget der MFR, antidemokratische Entwicklungen in Europa, die Situation an den Grenzen. Aber seit dem Coronavirus haben sich viele dieser Themen natürlich nicht verändert, aber doch die Voraussetzungen für die Diskussion, manche Vorschläge und manche Perspektiven. Ich denke, es ist unbestritten, dass die Covid-19-Pandemie die ganze Welt, aber auch die EU vor massive Herausforderungen stellt. Und wir sind ja auch noch nicht durch diese Pandemie. Wir haben es ja auch noch nicht überstanden. Auch wenn wir alle, und ich denke, das ist gut so, den Blick nach vorne richten, den Blick richten auf den Weg aus dieser Krise. Ich denke, es ist völlig unbestritten und es ist essentiell, dass wir uns am Weg aus der Corona-Krise gegen eine drohende Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise stemmen, um nicht ungebremst von einer Krise in die nächste zu schlittern. Ich denke, es ist aber auch unbestritten, dass die Klimakrise keine Pause gemacht hat während Covid-19. Dieses Frühjahr ist eines der trockensten seit den Aufzeichnungen sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Uns hat in der Covid-19-Pandemie sehr oft die Frage beschäftigt, wie schaffen wir Personenmobilität für Erntehelferinnen und Helfer in Deutschland und Österreich und darüber hinaus. Es wird uns in der Klimakrise die Frage beschäftigen, was können wir überhaupt noch ernten in unseren Ländern. Und ich denke mir, all diese Krisen haben einiges gemeinsam. Das ist nicht nur das unermessliche menschliche Leid, das sie verursachen. Auch hier in der Covid-Krise die Risikogruppen, die besonders gefährdet sind und die, wie wir alle, besonders auch Entbehrungen auf sich nehmen mussten, sind auch die Risikogruppen, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, die die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise als erste spüren werden. Diese Krisen produzieren aber auch große soziale Verwerfungen. Wir sehen von Arbeitslosigkeit zu Kurzarbeit. Wir sehen Auflammen von häuslicher Gewalt. Auch ein wieder starker, ganz traditioneller Geschlechterrollenbilder. Wir sehen massive wirtschaftliche Schäden und auch besorgniserregende demokratiepolitische Auswirkungen. Auch wenn ich in unser Nachbarland schaue nach Ungarn. Was heißt diese Analyse oder dieser Status Quo aus meiner Sicht für die deutsche Ratspräsidentschaft? Und ich möchte drei Punkte hervorstreichen. Die deutsche Ratspräsidentschaft wird alle Kraft darin legen müssen, zu einer Treuhänderin des Green Deal zu werden. Der Green Deal war nie als reine Klimastrategie gedacht, sondern immer auch als Wirtschaftsstrategie. Wenn es also darum geht, am Weg aus dieser Krise die Wirtschaft in der EU, in all unseren Ländern zu beleben, dann muss der Green Deal ein zentraler Kompass sein und bleiben. Und dazu habe ich mich auch sehr deutlich positioniert mit 17 meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltminister, Ministerinnenrat. Deswegen habe ich auch Premierminister Babisch sehr deutlich widersprochen. Ich bin davon überzeugt, es wäre gerade jetzt wirklich grundlegend falsch, die Belebung der Wirtschaft gegen den Klimaschutz auszuspielen und den Klimaschutz auf später zu verschieben. Wir müssen in die Zukunft investieren und das Geld, das die EU und die Welt insgesamt jetzt in dieser Recovery-Phase in die Hand nimmt, auch in die Zukunft investieren. Und hier meine ich, dass die deutsche Ratspräsidentschaft ein Momentum hat und nutzen kann. Und das heißt nicht nur Investitionen in Form von Krediten oder in Form von Zuschüssen an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten, sondern das heißt auch zukunftsgewandt agieren, wenn es darum geht, besonders emissionsintensive Branchen, die vom Klimaschutz also ganz besonders gefordert sind, aus dieser Krise zu führen. Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, dass wir einen Status Quo einzementieren. Stattdessen werden wir gerade auch jetzt in Zukunftstechnologien investieren müssen, in Innovation investieren müssen, auch um Carbon Leakage zu vermeiden. Auch kann diese Krise ein Anlass sein, Regionalisierung und damit meine ich sicher nicht Nationalisierung, sondern Europäisierung von zentralen Wertschöpfungsketten voranzutreiben. Ein Beispiel aus meinem Bereich, den erneuerbaren Energien, Stichwort Photovoltaik. Das wäre nicht nur ein Beitrag, diese Wertschöpfungsketten nach Europa zu verlagern, zur Versorgungssicherheit und damit auch zur Krisenfestigkeit für zukünftige Krisen, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Und das Reshoring von zentralen Wertschöpfungsketten ist selbstverständlich auch in anderen Bereichen, wie etwa im medizinischen Bereich, ein wichtiges Thema. Auch in Medizin und in der medizinischen Forschung werden wir uns stärker dafür einsetzen müssen, Innovation und Technologie, Know-how in Europa zu verankern. Und deswegen sollten wir auch in dieser Krise einen weiteren Trugschluss vermeiden, nämlich Gesundheits- gegen Klimaschutzpolitik auszuspielen. Das heißt also für mich als erstes, die deutsche Ratspräsidentschaft wird jedenfalls die große Aufgabe haben, sicherzustellen, dass dort, wo Green Deal draufsteht, auch Green Deal drin ist. Im Kampf um Konjunkturbelebung, im Kampf um sichere Arbeitsplätze, aber auch im Kampf um eine gute Zukunft in Europa. Als zweiter Punkt, die deutsche Ratspräsidentschaft wird auch gefordert sein, der EU dabei zu helfen, stärker und solidarischer aus dieser Krise zu gehen. Stärker und solidarischer, als sie hineingegangen ist in diese Krise und das heißt vor allem auch gemeinsamer. Es war für mich und ich glaube für viele wahrscheinlich von uns erschreckend zu sehen, wie fragil der europäische Zusammenhalt angesichts dieser dramatischen Krise war. Und das Bild, dass das für mich am stärksten symbolisiert, sind hängengebliebene medizinische Hilfsgüter an nationalen Grenzen innerhalb der EU. Und es hat in der politischen Debatte auch in Österreich wahrscheinlich ein paar Tage gedauert, bis es wirklich klar zu Tage getreten ist, wie viel in dieser Diskussion über den Weg aus der Krise in der EU gerade am Spiel steht. Stabilität von Regierungen, gröbere Verwerfungen im Gefüge der EU. Daher bin ich überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, sich am Weg aus dieser Krise auf gemeinsame Vorschläge zu konzentrieren, wie sie eben Ursula von der Leyen gestern mit Next Generation EU gemacht hat, anstelle in einer Abfolge von nationalen Vorschlägen weiterzukommen zu versuchen. Der gestern präsentierte Kommissionsvorschlag ist, denke ich, eine gute Grundlage, auch um eine hoffentlich rasche Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene herbeizuführen. Wir Grüne werden uns daher auch in Österreich in der Regierung auf einen baldigen Kompromiss hinwirken, der hilft, dass sich Europa aus der Krise heraus investiert, dass wir mehr Mittel für Klimaschutz, für Digitalisierung und für die Widerstandsfähigkeit, für die Resilienz der europäischen Wirtschaft, dass diese mehr bringen und indem wir gemeinsame Einnahmen in der EU stärken. Die österreichischen Grünen sind, und ich bin als Klimaschutzministerin ja auch eine Vertreterin der österreichischen Grünen, sind der proeuropäischen Idee verpflichtet. Und ich kann Ihnen versichern, wir arbeiten auf allen Ebenen daran, sie zu stärken. Die deutsche Ratspräsidentschaft kann diese Chance jetzt aber für ganz Europa nutzen. Aus einer Krise heraus die europäische Idee stärken, gemeinsame Vorschläge diskutieren, einen solidarischen Kompromiss finden, das wird eine große Aufgabe für die nächsten Wochen und sicher auch für die deutsche Ratspräsidentschaft. Einen dritten Punkt möchte ich noch kurz erwähnen. Ich sehe auch schwierigere Themen auf uns zukommen. Der Ratifikationsprozess zum EU-Mercosur-Abkommen ist eines davon, der könnte in die deutsche Ratspräsidentschaft fallen. Die österreichische Bundesregierung hat sich ja im Regierungsprogramm zum Klaren Nein verpflichtet. Gerade jetzt sehen wir in Brasilien bedenkliche Entwicklungen, großflächige Regenwaldabholzungen, kolportierterweise auch im Schatten oder bewusst im Schatten der Covid-19-Krise vorangetrieben. Ein Fokus auf ein wiedererstarkendes Europa heißt für mich auch am verantwortungsvollen Umgang mit der Rolle der EU in der Welt, auch gegenüber Brasilien. Zusammenfassend, die deutsche Ratspräsidentschaft fällt ohne Zweifel in eine entscheidende Phase. Zu den von mir genannten Punkten aus der Perspektive meiner Klimaministerin gibt es sicher unzählige weitere Bereiche, in denen Deutschland aus meiner Sicht einen entscheidenden Beitrag leisten kann für eine zukunftsfähige Union. Ich hatte eingangs formuliert, dass ich finde, die Ratspräsidentschaft hat eine beinahe historische Aufgabe in einer sehr außergewöhnlichen Zeitphase und es wird ohne Zweifel eine riesige Herausforderung sein, kohärent über alle Politik- und Lebensbereiche einerseits die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt hin zu so viel Normalität wie möglich zu setzen und dabei gleichzeitig mutige Weichenstellungen voranzutreiben für ein Modernes, für ein wirtschaftlich Resilientes, für ein klimaneutrales, für ein sozialgerechtes und auch für ein demokratisch starkes Europa. Aber wann, wenn nicht jetzt? Und in diesem Sinn freue ich mich auf die Diskussion. Liebe Leonore, ganz herzlichen Dank. Du hast also das maximal Mögliche in die kurze Zeit hineingepasst und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, das alles gemeinsam zu diskutieren. Ich möchte dir wirklich ganz, ganz herzlich danken, dass du uns diesen Incentive, diesen Impuls und Input gegeben hast für diesen Tag. Das gibt Schwung für weitere Diskussionen und Überlegungen, die ja schon laufen. Man kann das ja bei Q&A schon beobachten. Vielen Dank für die rege Beteiligung. Liebe Leonore, vielen, vielen Dank an dich. Wir hoffen natürlich, dass du noch die Möglichkeit hast, das eine oder andere mit anzuhören. Und ich würde, damit wir die Zeit so einigermaßen klar kriegen, ja sofort ans erste Panel übergeben und vor allen Dingen die sozial-ökologischen Fragen, auf die du ja sehr stark eingegangen bist, den Zusammenhang von Wertschätzung, Wertschöpfung und sozial-ökologischen Fragen, das zu vertiefen. Und dazu übergebe ich jetzt an meine Kollegin Eva Wanderakt, die in Brüssel unser Büro leitet, das ich schon erwähnt habe. Liebe Eva, ich übergebe jetzt mit Freude an dich. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Ellen. Ich begrüße Sie sehr, geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden jetzt in der nächsten Runde folgende Frage diskutieren. Was erwartet Europa von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Zeiten der Corona-Krise? Im Hinblick auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind mit der anstehenden Ratspräsidentschaft, das hat Leonore und das hat auch Ellen betont, gewaltige Herausforderungen verbunden. Es stimmt natürlich, dass die Bewältigung von Krisen Chancen für die Zukunft birgt. Aber der Zusammenhalt der EU, das wurde zu Beginn der Pandemie besonders deutlich, ist sehr fragil. Die unzureichende und auch zaghafte Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sowie der Rückzug in nationale Denkmuster und Egoismen haben viele Fragen zur Zukunft des europäischen Projekts aufgeworfen. Es gibt aber auch Hoffnung und positive Signale. Auch diese wurden schon erwähnt, wie der gestern von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellte Vorschlag für ein neues Instrument zum Wiederaufbau mit der Bezeichnung Next Generation EU und für einen umgestalteten siebenjährigen EU-Haushalt ab 2021. In den Worten der Kommission soll durch diesen Vorschlag, die ich zitiere, doppelte grüne und digitale Wende beschleunigt werden. Während der Ratspräsidentschaft kommt der Bundesregierung eine moderierende Rolle zu, mit der viele Chancen, aber auch Erwartungen verbunden sind. Und dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine neue Trio-Präsidentschaft eingeleitet wird, gefolgt von Portugal und Slowenien. Wir möchten in dieser Debatte folgende Themen und Fragestellungen diskutieren. Welche Erwartungen gibt es aus verschiedenen Mitgliedstaaten an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft? Natürlich vor allem im Hinblick auf die Bewältigung der Corona-Krise. Und wie kann Deutschland diesen Erwartungen gerecht werden? Beschäftigen möchten wir uns auch, und das ist ganz wichtig, mit solidarischen, relienzorientierten und nachhaltigen Wegen aus der Krise. Hierbei steht natürlich die Frage im Mittelpunkt, wie gegenüber besonders betroffenen Staaten Transfers geleistet werden können. Und außerdem möchten wir diskutieren, wie sichergestellt werden kann, dass Konjunkturprogramme, das haben auch Ellen und Leonore schon erwähnt, auf europäischer Ebene eine sozial-ökologische Transformation einleiten und wie der europäische Grüne Deal zum Herzstück der Krisenbewältigung wird. Bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle einige technische Hinweise und Erläuterungen zu den Formen der Beteiligung für das Publikum. Unsere Konferenz wird simultan gedolmetscht. Es gibt einen deutsch- und englischsprachigen Kanal. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Wenn Sie den Originalton nicht in verminderte Lautstärke hören möchten, schalten Sie das Original-Audio bitte stumm. Und wenn Sie beide Sprachen im Originalton hören möchten, können Sie die Übersetzung auf inaktiv stellen. Hinweisen möchte ich Sie auch auf drei Buttons an der Symbolleiste, die Sie unten sehen. Und das sind die drei Buttons Chat, Handzeichen und Fragen und Antworten. Wichtig, über den Chat erhalten Sie Informationen der Organisatoren. Er ist kein Forum zur Beteiligung für das Publikum. Sie haben aber natürlich die Möglichkeit, uns schriftliche Fragen zu stellen. Klicken Sie dazu bitte auf Fragen und Antworten in der Symbolleiste und schreiben Sie uns Ihre Fragen. Meine Kollegin und Co-Moderatorin Claudia Rote wird dann einige Fragen auswählen, die wir im Verlauf der Diskussion aufnehmen und beantworten werden. Wir bemühen uns, technische Fragen gleich schriftlich zu beantworten. Später werden Sie dann auch zusätzlich über den Button Hand heben, also das Handzeichen, die Möglichkeit erhalten, Fragen per Audioschaltung zu stellen. Und außerdem werden wir dem Publikum zwei Fragen zur Abstimmung stellen, zwei weitere Fragen. Wir hatten ja schon zwei und die Ergebnisse werden wie auch vorher grafisch aufgearbeitet, eingeblendet. So, ich freue mich nun, Ihnen in alphabetischer Reihenfolge meine Gäste vorzustellen. Sven Giegold, Wirtschaftswissenschaftler und seit 2009 Europaabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, ist Sprecher der Deutschen Grünen im Europäischen Parlament, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Seit über 20 Jahren ist Sven in sozialen und ökologischen Bewegungen aktiv. Er ist außerdem Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Herzlich willkommen, Sven. Yannick Jadot, unser Gast aus Frankreich, ist ebenfalls seit 2009 Europaabgeordneter. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel. Nach seinem Wirtschaftsstudium arbeitete Yannick als Umweltaktivist in Europa, Asien und Afrika, unter anderem als Kampagnenleiter bei Greenpeace Frankreich. Seit 1999 ist er Mitglied bei den französischen Grünen, Europ-Ekologie-Le-Werre und bei den Europawahlen 2019 war er deren Spitzenkandidat. Bonjour, Yannick. Arturo Vavelli ist Leiter des Büros Rom und Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geopolitik, internationale Beziehungen und italienische Außenpolitik. Sein Fokus liegt dabei auf der MENA-Region und insbesondere Libyen. Herr Vavelli hat internationale Geschichte, in internationaler Geschichte promoviert. Seine Kommentare erscheinen in internationalen Zeitungen und Zeitschriften wie The New York Times, The Washington Post und The Economist. Buongiorno, Arturo. Last but not least, Ursula Zelinska. Unser Gast aus Polen ist seit 2019 Abgeordnete des polnischen Parlaments. Sie ist dort Mitglied des Ausschusses für Energie und Finanzen und des Ausschusses für Wasserressourcen und maritime Industrie. Ursula ist Vorstandsmitglied der polnischen Grünen Partei und sie studierte Management und Marketing. In ihrer parlamentarischen Arbeit konzentriert sie sich auf Energie-, Umwelt- und Klimafragen sowie Rechtsstaatlichkeit. Hallo, everyone. Dzień dobry, Ursula. Dzień dobry. Ich würde jetzt gerne mit einer erneuten Umfrage beginnen, mit der weiteren Umfrage. Ich bitte jetzt also die Technik, die Frage einzublenden. Unsere Frage lautet, wie bewerten Sie den Vorschlag der Europäischen Kommission zum EU-Wiederaufbaufonds? Also, ja, das geht jetzt hier sehr schnell, also ist ja schon erwähnt worden. Das Instrument heißt Next Generation EU. Wir warten noch kurz. Sie haben fünf Möglichkeiten, wie Sie hier sehen. So, es wird immer noch abgestimmt. Okay, die Resultate sind freigegeben. Wir sehen, es überwiegt die Antwort eher positiv und sehr positiv. Auf jeden Fall. Also, das heißt, im Publikum ist eine große Zustimmung für diesen Vorschlag der Kommission zu erkennen. Ich werde jetzt in, für eine Ansage für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ich wechsle jetzt ins Englisch. Und ich würde gerne fragen, Janik, zu geben, Janik, wie kann man mit der Ökonomik-Impact der Covid-19-Pandemie in både eine solidarie und ständige Weise? Ist die Kommission's Proposal ein step in die richtige Richtung? Und was wünscht Sie von der Deutschen Presidency, in light of the Covid-19-Crisis? Janik, the floor is yours. Good afternoon and thank you for this conference. How much time do I have? You have five minutes. Five minutes. Thank you. Clearly, we welcome the Commission's move on the plan. I mean, 750 billion, it's not nothing. I mean, some years ago, we could not have dreamed of such a plan. Of course, I mean, the Parliament was pushing for a bigger amount. But we have some good objectives and we hope we can build on this. But as it was said before, I mean, the overall plan for economic rescue at the European level, it's more than 3.4 trillion euros. And from this amount, we know that all the money coming from the ECB has no conditionality, not even, you know, asking the banks to stop with the funding of fossil fuel projects. We know that about 25% of the multiannual financial framework could be linked to climate. And so, I mean, the plan is good, but the overall input, financial input from Europe is not, it's far from being linked to climate, biodiversity, green deal, and solidality. So, I mean, there is a huge issue about, you know, putting some social and environmental conditionalities to all the EU money. And of course, it will be one issue of the German presidency. Just to remind, you know, in February, we voted at the parliament on the big list of common interest projects, these big European projects, and in which about 30 billion euros were funding gas projects. And we know, for example, that Germany is heavily involved in the Nord Stream 2 project, and this is something which will be dealt with. One strong issue, I think, is about having at least, at last, a European industrial policy. This is clearly the missing pillar of EU. We have a market, we have consumers, we have the common agricultural policy, but we have no common industrial policy. And I think if Germany could start, launch an initiative about having an industrial policy, focusing on carbon neutrality for steel, cars, of course, with renewables, with building renovation, all these things could be of huge importance for EU and could be the channel through which EU money could go, even to, especially to European territories. So I think there is one strong issue, it's industrial policy. It's always a debate in Europe, it's a debate between France and Germany, what is the state involvement and all these things. But if it is about climate, I think this is acceptable for everybody. Another issue, of course, is energy. How we get rid of our dependency from Russia, from the Gulf, from Trump, it's about renewables, it's about energy efficiency. If, you know, during this presidency, there could be a move, you know, not only on the climate objective, but, you know, moving, phasing out, we know it will take time, but from coal and from nuclear, it will be also a stronger input from the German presidency. Leonor was mentioning trade policy. If we want a green deal, we cannot continue with all these free trade agreements. You know, during the German presidency, probably Mercosur will be at the council agenda. Mexico might be at the council agenda. Australia, a country we know, which is, at least the government, is climate skeptical. New Zealand, all these agreements are, for the moment, really clearly defended by Germany. We need to find a trade policy, which is in line with our green deal. And finally, one debate, especially we have with Germany, it's about public procurement. We need a Buy European Act to serve this industrial policy. And we need to revise all our legislation of public procurement to make sure that we can favor local content, that we can favor local SMEs. This is, for all our trade partners, what we call a small business act. It's time for Germany to move from a kind of, you know, taboo about public procurement. I'm sure Sven will react on this. Thank you very much. Thank you very much, Yannick. Already a lot of, you know, ideas for the presidency. And I'm sure the speakers will comment on it. I would like to ask Arturo now. Arturo, Italian Prime Minister Conte mentioned yesterday that the next generation EU instrument proposed by the Commission goes in the direction indicated by Italy. Do you agree how to overcome this crisis in solidarity? And what are your expectations vis-à-vis the German EU presidency? Arturo, the floor is yours. So thank you. Can you hear me? Yes. Perfect. So thank you very much. And thanks to the organizer for inviting me here. It's very difficult to say what Italy expect from the German presidency. Yes, they very welcome the Commission proposal. But we must first open a brief parenthesis on what Italy represents in this historical moment. Today, I think Italy is a country that rejects the use of the European stability mechanism for an ideological bias, for example. It is really difficult to explain this, especially to a German or to an international audience. At the moment, there is a government that is supported also by populist forces and which are unable to influence public opinion, but rather they follow what public opinion thinks and wants. And by following the public opinion, these political forces are actually damaging themselves. As a famous Italian economics historian, Carlo Maria Cipolla, say, the fool is someone who causes damage to others, but is also capable of producing damage to himself. So Italy is facing today a potential liquidity crisis, and it's reject the ESM, but at the same time release a government bond that will have to compensate earlier and with higher interest rates than the ESM. This is a sort of stupidity. But this is the situation. This analysis might be too cruel, but what I want to suggest is that Italy is not a completely irrational actor in this field. We therefore live in this difficult situation. So the answer to the question, what do you expect from the German presidency, and looking at the main crisis that Europe is experiencing, which relates to the post-COVID landscape, economic landscape, is that Italy expect Germany to have a clear leadership role in Europe with respect to the choosing to be taking on the recovery funds, both in directing the EU commission and in containing the request of the so-called frugals countries. So if we go into more details, what is important for Rome is not to have just loans, but to have a majority of the amount of resources with grants, as the French-German proposal put on the paper. And the yesterday commission proposal was received very positively by the Italian government. As the Italian minister for Europe, Vincenzo Mendola, said, we are not against the loans, but as the president of the Bundestag, Wolfgang Schäuble, say, loans at this moment are stones in the European Union economy, because they would aggravate the situation for already in-depth countries. So this is the Amendola opinion, quoting a recent interview with Schäuble. Again, on the economy matter, Italy expect that during the German presidency, the multi-annual financial framework proposed by the commission will be approved, and Italy expect that the Green Deal and the digitalization could be instruments to boost the European economy, as the commission proposed yesterday. But if we look beyond economic measures and we analyze the balance of power within Europe, Italy simply expect not to be cut off. Italy has always had a sort of fear of exclusion from the European elites, from what it perceives as the European big powers. Italy is the third largest economic power in Europe, the second most powerful in the manufacturing industry, and expects to be treated as an equal to the others. If a French-German axis was to be consolidated with an exclusion of Italy from the decision making tables, this would fool anti-Europeanism and anti-Germanic feeling within our country, and at the same time, it will favor the perception of China as a friendly country. All the surveys that have been made lately are very worrying in this sense, as they demonstrate this growing perception in the public opinion of hostility towards European partners, and Germany in particular. So personally, I think that the German presidency is an opportunity not to be wasted on a real revival of Europe. This opportunity, of course, in a political moment, post-Brexit and post-Covid. If Germany thinks it can more or less muddle through, the consequences will be very negative, because it is more likely that the status quo will change fundamentally in Europe. Either it will need to be a big change in the nature of the EU, or this is like that domestic political changes in France and in Italy could bring the EU down and change the EU that way. Italy expected the Germany launch a set of tactical alliances, for example, with other states, not only towards France, but Italy, Spain, Poland, and this could be the right way to proceed and revitalize the Union. Italy, for example, could appreciate any initiative, the straightened European manufacturing industry, as the previous speaker's told, including by reviewing the European rules on state aid. Italy, we are entering a new era of great power competition, I think, where the pillars on which Europeans have based their foreign and economic policies are increasingly called into question. So Europe is cowed between China and US and particularly vulnerable to the resulting economic coercion, and this is a good point to start. On issue, and concluding, on issue other than economic ones, Italy greatly appreciate Germany's role in hosting, for example, the Berlin Conference on Libya. Rome expects all this work to not be wasted. The crisis and conflicts on the EU's backyard are always present and continue to have important consequences in terms of stability, economy, migration, energy supply. Italy is convinced of the Libyan crisis that a unified European position under the widens and the mediation of Germany. It must feel so today. Italy, as Rome certainly welcome, for example, and support other initiative as an initiative on the East Mediterranean. However, a crisis now that is intertwined with the Libyan one. So this is my opinion and thank you very much. Thank you very much, Arturo. I will now give the floor to Ursula. So, Ursula, also the question to you, how to deal with the impacts of the pandemic in both a solidary and sustainable manner? Which role should the European Green Deal play from the perspective of the Polish Greens? And what are your expectations, perhaps also wishes regarding the German EU presidency? Ursula, the floor is yours. Thank you very much and welcome, everyone. Really, really happy to be here and have this opportunity to talk to you. Poland is currently facing not only the health crisis as to do with Covid, but also rule of law crisis. And we face the energy crisis ahead of us. So we are in a quite a difficult circumstances right now. And that is also in a way of a full economic and full European discussion, which I would wish to be taking place right now. And it's the discussion is probably not as pronounced as it could could be in looking at how important the current negotiations, the current process of designing the New Green Deal, the importance of the New Green Deal ahead of us. So the populist government in Poland, but also other countries will be right now using any weaknesses of the European Union, any inefficiencies, any slow response to its benefits to prove that national interest should come first above the EU. And also the Polish energy market got into a point where it's no longer sustainable and it is. We are the heaviest, the most dependent on coal market in Europe. And this is adding on to economical pressures, driving costs up with rising emission prices, combined with this dependency on fossil fuels, primarily on coal. And government officials like to blame EU for driving the prices up due to climate policies. So it's really, really important to stand really strong with really dynamic, strong policies from European Union to stand up against that and to help support the Green Deal. And so giving all this background, I was very pleased to hear that the Polish Prime Minister welcomed the new ambition, communicated yesterday. He commented that he felt that the Polish voice was being heard in Europe. And I think that's a step into the right direction. I hope, I very much hope that it's also a signal that Poland will eventually adopt the climate neutrality, the 2050 goal, which it has continuously refused to adopt since December. So what's really important for Poland, what are the expectations from the Polish Greens, what can help from also the German presidency? I believe there are three key expectations and three key hopes. The first one is that Germany will continue leading the charge on this European unity in the face of Corona crisis and will avoid falling into this Corona-led short-termism or country interest above the European interest. Germany has been doing this over the years and has really been a driving force of European Union and I very much hope it will stay in this position. Sorry, just a problem. Could you please choose the English channel so that our participants can hear you? Yes. So the simultaneous translation English channel and then it will work better. Thank you. Oh, okay. I already have. I hope it's working right now. Thank you. Okay, cool. Okay, now. Yeah, so go ahead. Thank you. Secondly, the climate transformation, the energy transformation, the Green Deal is extremely important. And I think there is now, we're almost at the point of no return when it comes to the Polish energy system, to the energy market. It's no longer, the fossil fuel, the coal-based market is no longer sustainable. And as much as the government would like to keep saying, Polish government would like to keep saying it does need much longer to hold on to coal, it's actually not economically viable anymore. So it will be looking for ways to really transform the transition into the green, greener energy system. And I think it's therefore important for Europe to keep driving this agenda. From the German perspective, there are investments which don't help. Polish Greens don't help the green agenda to or in a way help populist government to counteract green arguments. And that's Nord Stream 2, that has been already mentioned, that's investments like Dutton. So new coal investments in Germany, they provide arguments to Polish populists or Polish coal lobby to try and prolong our dependency. And they do like saying that Germany is not actually walking the talk and quietly investing in coal and gas whilst over the heads of Eastern European countries with Nord Stream 2, with investments like Dutton. So we then have a lot of kind of work to counterargument that and showcase and point out all the green development in Germany. As with the Kohl Ausstiegs Gazette, sorry, I don't know the English translation, the Kohl exit plan, I suppose. So that's really another very important point for Germany to really keep driving that transition agenda and the green agenda with possibly more ambitious goals for 2030. And the third point is to help us guard the rule of law with all efforts to strengthen the position of the European Union, of the European Court of Justice, to avoid weakening the European Court of Justice, because that's a real major issue right now. We have as position parties, as citizens in Poland, trying to protect the independent justice system where it falls victim of the populist government, reforming it, I'm saying actually deforming it towards a biased, politically biased system. And that's a huge challenge right now, actually. So these are the three key points without going into more detail that perhaps I leave it perhaps to the discussion part. Thank you. Yeah, thank you very much, Ursula. Last but not least, Sven, now I would like to ask you, how can the EU become more resilient in times of crisis? How do and how do you assess the recovery plan by the Commission? What should be praised? What do you miss? And how can Germany actually meet the expectations related to its presidency? You can, of course, also reflect on your own expectations. But I think there were a lot of expectations and priorities already mentioned. And it would be really interesting to hear from you how you think Germany will actually perform or how Germany can make possible it will meet the expectations. Sven, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau von der Rack. Ich würde gerne am Anfang vielleicht kurz sagen, dass, was wir derzeit erleben, ja wirklich eine Wende der deutschen Europapolitik ist. Wir hatten ja Jahre, in denen wir beklagt haben, zu Recht, dass aus Deutschland so wenig Initiativen ausgehen, dass der deutsch-französische Motor stottert, dass man überall bremst und blockiert auch und jetzt zumindest immer, wenn es um große Pläne ging und jetzt vor der deutschen Ratspräsidentschaft passieren eigentlich zwei große Dinge. Auf der einen Seite eine CDU, deutsche Kommissionspräsidentin, stellt ihre Präsidentschaft unter ein grünes Motto. Nicht überall, wo grün draufsteht, ist auch grün drin, aber immerhin. Und die deutschen Regierungsparteien sehen sich mehr oder weniger genötigt, diese Agenda zumindest nicht zu bekämpfen, sondern offiziell zu unterstützen. Zum anderen gibt es vor dem mittelfristigen Finanzplan, vor dem mittelfristigen Finanzrahmen die Notwendigkeit, jetzt eine ganz große Schippe draufzulegen. Und das ist wirklich eine Wende der deutschen Europapolitik. Sicherlich kann man über vieles diskutieren, aber da sind schon große Veränderungen mit verbunden. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, diese beiden großen Veränderungen jetzt auch europapolitisch mit nach Hause zu nehmen. Was ich damit meine ist, die Richtung dieser Politik wurde im Grunde durch die Europawahlen vorgezeichnet, wo deutlich war, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist proeuropäisch. Und zweitens, die fordert vehement mehr Investitionen, mehr Klimaschutz, eine konsequentere Orientierung auf die Lösung der großen Probleme. Und dass diese Mehrheit, die wir damals errungen haben, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, die materialisiert sich jetzt in einer Richtungsänderung von Politik im Angesichts der Corona-Krise. Und was wir da nach Hause nehmen sollten, sind zumindest mal zwei der großen Tabus, die jetzt doch offensichtlich gebrochen sind. Erstens, das ganze Thema, niemals gemeinsame Schulden, selbst wenn man in einer konkreten Situation dringend gemeinsame Schulden braucht. Dieses Tabu ist gebrochen. Es darf zwar nicht Corona-Bonds heißen, aber es sind jetzt Bonds in Corona-Zeiten. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Zum Zweiten, das Thema, dass Länder, die stark aus einer Krise kommen, denen helfen müssen, die in einer Krise besonders geschwächt werden. Das war ja das Thema Transferunion, Solidarunion. Dieses Tabu ist jetzt auch glücklicherweise gebrochen, denn das Geld soll ja überwiegend in die Regionen, die besondere Probleme haben. Und ich denke mir, dass neben der Notwendigkeit, Europa zusammenzuhalten nach dieser Krise, etwas Zweites eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass das Bundesverfassungsgericht ja sehr deutlich gemacht hat, dass die Umverteilung über die Hintertür der Geldpolitik Grenzen hat. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht Herrn Voskuhle noch einen Blumenstrauß schicken soll, weil dass wir jetzt ein Mehr an Fiskalpolitik bekommen, ist demokratischer. Und selbst wenn ich dem Urteil europapolitisch nicht zustimmen kann, hat das trotzdem doch eine dialektische Wirkung entfaltet. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir mehr Geld europäisch ausgeben, was wir Grünen immer gewollt haben, mit eigenen Einnahmen auf europäischer Ebene, mit ökologischen Steuern auf europäischer Ebene, dann müssen wir diejenigen sein, die einfordern, dass großes Geld auch große Probleme löst. Das bedeutet, das Geld sollte eben vor allem in den Green Deal, in die Digitalisierung, in die Zukunftswirtschaft. Und da gibt es natürlich ein paar Gefahren damit. Zum einen, dass man jetzt sagt, ja, wir geben jetzt Geld aus, auch für Ziele, wo Green Deal draufsteht. Aber dann, wenn es um harte industriepolitische, agrarpolitische Entscheidungen geht über die Frage der Klimaziele, das wird dann das Opfer. Ich sehe folgende Grundgefahr. Die CDU, CSU-Bundestagsfraktion, die vieles von dem, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, immer abgelehnt hat, wird jetzt einfordern, auf der anderen Seite beim Klimaschutz doch bitte nicht so streng zu sein. Und genau diesen, das müssen wir als Grüne verhindern. Wir müssen alles dafür tun, dass Klimaschutz ernsthaft durch Preise, durch Regeln und durch Investitionen gemacht wird, die gemeinsamen Ausgaben auf europäischer Ebene sind eben kein Ersatz für eine grüne Industriepolitik, eine grüne Abgabenpolitik. Das Gleiche gilt auch für die Landwirtschaft und die Biodiversität. Und es gilt auch für das von Urschola angesprochene Thema der Rechtsstaatlichkeit. Wenn jetzt Polen und Ungarn sagen, sie sehen dem eigentlich ganz positiv gegenüber, selbst Tschechien, liebe Eva, findet jetzt die Erhöhung des EU-Budgets gut. Das ist ja auch kein Wunder. Die haben den Rechenschieber betätigt und festgestellt, dass das für sie unterm Strich positiv ist. Das ist keine neue Europa-Begeisterung aus diesen Ländern. Aber dann sollten wir trotzdem verlangen, dass der Rechtsstaatsmechanismus kommt. Was jetzt nicht geht, ist, dass man sagt, weil wir jetzt gemeinsam diesen mittelfristigen Finanzrahmen brauchen, verzichten wir auf die Fragen nach fairer Verteilung der Flüchtlinge, Rechtsstaatlichkeit, sondern vielmehr in dem Moment, wo wir viel Geld gemeinsam investieren und da auch so solidarisch sind, müssen wir auch wollen, dass Europas Rechtsstaatlichkeit und Handlungsfähigkeit gestärkt wird. Was wir dabei durchaus akzeptieren können, ist, dass das europäische Semester dabei gestärkt wird. Aber da kommt es darauf an, wie. Es ist ja richtig, dass Europa koordiniert, wie die Länder ihre Wirtschaftspolitik ausrichten. Es geht aber nicht, dass diese Regeln nach einer alten, vulgär, marktliberaler Art in der EU-Kommission entwickelt werden und dann ohne effektive Beteiligung des Europaparlaments aufgeschrieben werden und dann danach das Geld verteilt wird, sondern das ist faktisch ein Eingriff in das Budgetrecht der Co-Gesetzgeber. Sondern wenn das europäische Semester eine Richtungswirkung entfaltet, dann muss diese Richtung auch vom Europäischen Parlament mit beschlossen werden. Ansonsten ist das eine faktische Übernahme des Budgetrechts durch expertokratische Strukturen. Ich finde das europäische Semester gut, aber nur, wenn es eben nicht vulgär, marktliberal ist, sondern dort ökologische, soziale Aspekte stark verankert werden. Und zu guter Letzt noch eins. Es geht natürlich für uns auch um die Handlungsfähigkeit Europas. Und deshalb fällt unter die deutsche Ratspräsidentschaft auch der Startschuss für die Konferenz zur Zukunft Europas. Ich finde es richtig, dass hier auch die Frage der Vertragsänderungen kein Tabu ist und ebenso richtig, dass man auch überlegt, was innerhalb der bestehenden Verträge gemacht werden kann, um dieses Malefiz-Spiel, das ist jetzt eine Herausforderung für die Übersetzer, dieses blockale Spiel innerhalb der europäischen Institutionen zu überwinden und zu mehr Handlungsfähigkeit zu kommen. Und bei dieser Konferenz zur Zukunft Europas brauchen wir ebenso, wie wir Grünen das gemeinsam vertreten, starke Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, weil am Ende glaube ich schon, dass es Mehrheiten für Europa gibt, vor allem dann, wenn Europa tatsächlich handlungsfähiger wird und sich auf die großen Probleme konzentriert. Und da ist dieser Aufschlag mit dem Geld wirklich ein guter Start. Und da hat Deutschland jetzt eine Menge vor der Röhre. Vielen Dank, Sven. Ich habe jetzt eine Frage für Sven und Janik. Wir haben viel über die Proposal von der Kommission gesprochen, und ich würde gerne fragen, was die Chance ist, dass die Proposal für ein Recovery Fund und ein Revamped Long-Term EU-Budget will be approved by the heads of state and government prior to the German EU Presidency, because this is what is planned by Ursula von der Leyen. Do you think that this is realistic? And a question related to that, that which alliances and which compromises might be needed to support the recovery plan? A short answer, please, to both of you. Perhaps Janik, you would like to start, and then Sven, thank you. Thank you for the question. I think there is a good chance that this proposal goes through, because in Austria, you know the Greens and the government and we had Leonor, and they have officially supported this European plan. Same from Finland. We know that we have the issue in Netherlands, but I don't think Netherlands can alone oppose such a plan. Since Germany has moved from the wrong to the good side, I think there is a good chance that this plan goes through. Sven, what is your opinion? Ich hoffe natürlich, dass der Plan durchkommt. Allerdings, Janik und ich sind ja gemeinsam auch ins Europaparlament gewählt worden. Wir haben auch viel Drama und Nachtsitzungen da erlebt. Ich glaube, so ein Wurf braucht immer noch europapolitisches Drama. Mit anderen Worten, im Juni haben wir ja einen neuen Staatschefgipfel. Ich vermute, die müssen noch einmal alle zeigen, wie sehr sie für ihre jeweilig nationalen Positionen gekämpft haben. Und erst dann kommt es wirklich zu einer Einigung. Das wäre mein, leider mein Gefühl. Und das zeigt natürlich die Dysfunktionalität des Haushaltsverfahrens. Weil das Haushaltsverfahren ist ja so, dass Einstimmigkeit der Mitgliedsländer da sein muss und Zustimmung des Europaparlaments. Und das gibt jedem Einzelstaat ein Übermaß an Einfluss. Und alleine dieses Verfahren ist ein Thema für die europäische, für die Zukunft Europas Konferenz, weil dadurch immer der unsolidarischste, der Schwächste kann den europäischen Fortschritt aufhalten. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Und das macht dann Frust in Ländern wie Italien, die die Erfahrung haben, wenn es wirklich brennt, ist Europa nicht zustande. Wir brauchen effektivere Entscheidungsstrukturen für gemeinsames Handeln. Just waiting for the translation. I would like to now read a few written questions by the audience and I would like to ask the speakers to pick the questions they would like to answer and also comment on what has been said by other speakers. And after this first question and answer round, the audience will have the possibility to pose oral questions via the hand button in the toolbar. If you would like to pose a question, please raise your hand from now on. So I would now I have to switch to the other channel. I'm sorry because there are different questions. So also die erste Frage, was kann die Konditionalität der Finanz Zuschüsse für Länder wie Polen und Ungarn bedeuten? Hat die EU damit eine größere Handhabe, die Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien in diesen Ländern in der Zukunft zu garantieren oder sanktionieren? Eine weitere Frage aus dem Publikum, dass durch die Corona Pandemie verloren gegangene Vertrauen ist eine wirkliche in eine wirkliche Entschuldigung europäische Solidarität ist sehr beschädigt. Wie kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden? Das denke ich, wird natürlich auch auf schon die erwähnte Rolle von Deutschland eingehen, also die Übernahme von Leadership. Und noch eine letzte Frage. Die EU nimmt mit dem angekündigten Next Generation EU Paket eine hohe Summe von Schulden auf. Wird es wirklich möglich sein, die Schulden durch eigene Einnahmen zurückzuzahlen? Welches Risiko geht die EU hier ein für die gesamte Eurozone? So, ich würde jetzt diese Fragen zurückgeben an die Gäste und würde gerne beginnen mit Ursula. Sicherlich wird hier die Frage nach dem Rechtsstaatlichkeit Prinzip eine große Rolle spielen. Ursula. Ja, so ich glaube das die europäische funds, die europäische Transition Package, die all die 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 Europäische Union offer und bringt zu member countries need zu be link mit der Rule of Law mit dem Rule of Law bei Member Countries. And I absolutely stand by this and I believe it needs to be linked firmly and effectively because this is currently really becoming our almost last resort to regain the balance, regain any chance on Rule of Law compliance in Poland. In the past we've seen this mechanism work in Poland and this was actually the only mechanism that worked in the case of when our the Białowieża forest was being logged in 2017 and 2018 Poland had a case in front of the European Court of Justice over the illegal logging of one of the ancient beautiful forests and in a very long protracted process the only mechanism that actually worked was an ultimate fear of financial fines that had ultimately stopped the government from logging Białowieża forest and I believe that's just an example of what needs to be done in ineffective we effectively failed to stop it in any other way so I firmly believe and I will not fear from saying it aloud as a citizen of Poland but also citizen of Europe I need those mechanisms I almost expect Europe to come with those effective more effective quicker mechanisms to help Polish citizens to protect give us additional measures to help protect the rule of law in Poland I really don't believe there is any other way around it so that would be my answer thank you very much now would you like to comment on the questions by the audience the floor is yours yes my very brief comment is about conditionality and Italy that is a particular relationship between the two I think that Italy expected low conditionality not not so much because it does not want to make reforms but because this government is very afraid that the nationalist opposition parties will be straightening if high conditionalities are imposed so Salvini Psparty nationalists Georgia Meloni are ready to tell the public opinion that Europe is malevolent and this is the main the main preoccupation by this government thank you very much now Yannick the floor is yours and after Yannick Sven now clearly Arturo is right if at some point the situation is somehow similar to the Greek situation a few years ago I mean it would be a blast for Europe I mean the populists will win everywhere so if especially the so-called frugal countries do not realize this situation it's totally crazy we know that there is a political situation in Netherlands because elections are coming and the government is afraid by its own populist at home extreme right but if they do not see what is the general European interest it's crazy about what should be how we will build trust in the EU you know I have always dreamed that you know when the EU is funding you know for example building renovation you have in the building on at the entrance of your flat or house you have a small European flag saying that you know Europe here funded the renovation of your home and this is why you can save 500 or 600 euros per year of electricity or heat you know the money has to go you know to the people to local authorities to companies to SMEs this is a way to show that EU is useful so I think there is a strong point on this and just to remind also there is a very interesting study just made by the Oxford University they have assessed nearly 200 recovery plans after the financial crisis 10 years ago and the outcome is crystal clear the more your plan is green the better it is for employment for jobs for fighting inequalities and strengthening economy so clearly we have to demonstrate through research in Europe on renewable hydrogen on renewable energies on everything we have to demonstrate that EU is useful that EU is now side by side with the people thank you so much so Sven the floor is yours yes well first on on the question whether the money will ever be repaid and whether it can be repaid without resources so it's pretty straightforward math so it depends of course how much debt we will actually take up but take the Macron-Mackel 500 billion to start with and if you take 38 years for the repayment actually you only need additional own resources of 15 billion per year so this could easily be matched with environmental taxes with a real financial transaction tax this is with digital taxation it's actually not that big if you calculate a long repayment period so also the 500 billion is only a quarter of the total debt of countries like Italy or Germany so therefore it looks so huge in comparison to Europe's GDP it's not that bad in comparison it depends much more what we do with the money if we invest it wisely it will help us to repay the money later if we do not use the money wisely it is adding to potential good when it comes to the issue of conditionality I think that German economic policy and European policy has made in a certain way a big mistake a communication mistake because on the one hand if you help in an urgency conditionality is insane so if a neighbor is in really deep shit you do not ask about conditions you simply help this is the logic of the corona bonds when you move to common debt issuance as a general principle so that's the idea of euro bonds then of course you need common economic and financial policy so the German position was always of the government not ours as greens we will never do common debt common debt is devilish by that way we gave the signal to countries like Spain Italy and others we are not in solidarity with you we should have done it differently we should have said yes we are open for common debt issuance but only if we get in return the common economic and fiscal policy so that we are safe that you cannot free ride so that you basically use the common liability for bad economic policies and then the debate would have to be with the sovereignists in other countries to say yes or no to such a common governance framework where of course member states meet on an equal basis but this is what I think what's needed how to regain trust I agree with Yannick and I said it before by solving big problems together so by doing big things together and solving these problems that is and on the rule of law we have a very clear proposal we were never in favor of taking away money from certain member states I think that's not a good idea because we need to help the respective democratic opposition in countries like Hungary if we tell Hungary we will take away the money if you do not behave as we want and as we have written in our treaties it will probably not help the opposition it will help Orban therefore our suggestion was always to say okay if countries persistently do not implement democratic principles and rule of law principles then the management of the EU funds will be done by the EU institutions and not anymore by the national government and this would be a signal of help to the opposition because it would show it's not Poland or Hungary we do not trust it is the governments of these countries we do not trust thank you very much to all of you I promise that there will be now the possibility for the audience to raise oral questions and it's the time now so I would like to ask the technique to allow first Patrick ten Brink then Lisa Paus and Olga Gia Farshova to post their questions due to the high number of participants I will unfortunately not be able to invite everyone I mean you can see that we have around 500 participants still and there are more than 20 questions or people who would like to post questions so please this first three try to be short and then we will go for another round because we would really like to give you the possibility to pose your questions so Patrick then bring Lisa Paus okay thank you very much for the opportunity to ask a question and also thanks for the very good debate I'm Patrick Tembrink the EU policy director of the European Environmental Bureau we saw yesterday the next generation EU has green transition basically on the package which is of course welcome but it actually has less green transition in the content which is concerning so my base just a couple of points building restorations good renewables is good recycling is good but what's missing is proper circular economy there's worries about hydrogen nature air pollution and chemicals are not there so the question is what can the German presidency do and what can the European parliament do to make sure that the content is actually green and content fits what's on the package label thank you Lisa Paus please is Lisa Paus there yes but not responding Lisa Paus I think you have to unmute your mic yes so if she's not there anymore we will still wait a second Lisa are you there not really no so let's continue with Olga Giafashova from Slovakia Olga Olga you have to unmute your mic it's also not working not really okay so then let's pick another person and hope that it will work now Georgi Stefanoff from WWF Bulgaria are you there okay I can't hear Georgi you have to unmute your mic okay it doesn't work so let's go go for another person on the list which is Baptiste Aguila are you there now a question to the technique I'm here Baptiste is there thank you very much so please go ahead with your question and I try to find out what was not working with the other participants so Baptiste the floor is yours please introduce yourself okay I'm Baptiste Aguila I'm the speaker of the German working group for Europe for Berlin and Berlin and actually I can you hear me good yeah I was not expecting to ask a question but my question would be what is the window of opportunity for the German presidency to really change now the economic policy in Europe and to change it in a green way and how my question how is it possible to implement this green new deal on the long term and how is it possible to completely change the economy of Europe is it realistic and what do we need for this thank you okay so now I would give the floor to all of you again to answer the questions so let's start with Urshula thank you so I've taken note of two questions what can Europe do to ensure more green content in the future package after corona so I believe that this starts with more ambitious goals for 2030 and possibly further looking for further opportunities to support energy transition to support particularly the particularly challenging areas like agriculture and transport but I believe especially this should start with looking at 2030 goals and aligning them with the science further and in a more ambitious way so that's one what's the window of opportunity for Germany to German presidency to change the economy in Europe in a Green New Deal I believe that coronavirus has shown that a change is possible and a change is required fast and I think it showed people that it has to be done so and I would see the Green New Deal as a answer or a huge part of the answer for after Corona it's Green New Deal assumes adjuster more secure more local Europe where production is brought back home where the agriculture is closer to a food table and I believe all these elements built into the New Green Deal are also an answer to the Corona crisis in a way and it should be seen as an opportunity so I believe it's possible and I don't I mean six months time and the presidency it's an extremely short time for the European Union but I believe it must strengthen its speed of responses at the same time so it's challenging I'm sure not everything can be changed within six months but I think if there is any time where we really need to put the pressure it's now where we're seeing Corona crisis posing such huge issues and New Green Deal I believe being a huge part of the response Thank you very much so now let's go for Arturo and Sven and Yannick in this order and then I will go for new questions hopefully it will work thank you okay thank you I'm not an expert on Green Deal and on economy in general I can give you the Italian view of this situation of this problem and I think the Green Deal has gained quite a consensus in Italy although I must say that since the COVID crisis began very little has been said about the Green Deal the Italian political debate is very focused on internal controversy on recovery plan on economy in general but surely all green issues and sensibility in general terms to the environment has grown a lot in public opinion in recent years there are a lot of tools that demonstrates this new sensibility so I think this government will support the Green Deal and the energy transition more in general I think that the recovery plan must necessarily be an opportunity for an extensive reform in many sectors not only bureaucracy but only the Italian economy and the European economy in particular I think this opportunity must not be wasted by Italy Thank you so much so now Sven and Janik please Yes on the remarks by the colleague of the European Environmental Bureau I think some of the sectors you were complaining not being in the proposal of the commission I can agree with others I would be a bit more careful in particular whether we achieve a real sustainable chemical strategy a poison free environment whether we achieve on a circular economy depends not so much on the EU budget it depends much more on the regulation and the enforcement of the regulation and this belongs into the package of the green deal proposals of which circular economy is only one and this is exactly what I was saying so everybody concentrating now on the financial package but whether we will make Europe sustainable that will depend on the regulation in the different areas of law and their implementation and therefore I think that is very important to keep in mind but we cannot judge the quality of the regulation and the pricing by the budget proposals and only to say that I wanted to follow up one point made by Arturo and with which I fully agree I think in Germany in particular pro-Europeans in Germany have to be much more focused on what's happening in Italy what's happening in Italy is a huge danger to the European project and to the Euro and we must speak much more loudly with Italians together with Italians in the Italian public and invite Italians like today to speak in Germany and we have started that common appeal we are in this together with 25,000 people and common media outright and we will continue with this work as German Greens because this is really a needed strengthened relationship which doesn't change that we also have other important bilateral relationships like with Poland and France and others but Italy we have really a structural problem and if I see the growing support of anti-European populists in Italy there's also a role for us so when is Berl opening a proper office in Italy thank you for the question Ellen is still here so she will answer you this question and now Yannick the floor is yours to answer the questions posed by the audience thank you Ewa following on Zven on Italy I mean we have all this all social and economic issue and you know one point in the Vondelian speech I think it's very important is how we deal with youth and unemployment because all over Europe I mean the level of unemployment for young people will be huge you know we know that you know the type of contracts the type of profiles we have for example in the tourism industry I mean it's mainly youth it's bad contracts so the social safety nets are very poor so we need a strong European initiative about you know this youth guarantee whatever we call it but we need something much bigger than we have now and talking about Italy and we know that there is another run table talking about that it's about Libya it's about migrants if we let in our neighborhood Turkey and Russia making their low in Libya I mean it will become crazy for southern Europe or all Europe and we know that we have to change substantially the Dublin rules to make sure that migrants are not stuck in the southern countries of Europe coming back to what was saying about air pollution I agree that this is not this is partly about money we know that there are strong derogation for state and lots of public money going to aviation going to car industry without strong without sometimes any conditionality and this is totally crazy because for example in France the court of justice has just recalled that France is under court case in Europe because of its air pollution and we are just the only speech from the government is how we sell more cars whatever SUV diesel whatever we have to sell cars to save the European industry as we did 10 years ago and for the last 10 years we add more delocalization we add the diesel gate and we add the SUV it's crazy to do that again and I agree that you know Sven was mentioning it what we do on Euro 6 what we do on CO2 emissions for cars what we do on the conformity system and all these things is key you were mentioning air pollution I will mention deforestation and it has to do with the German presidency if we have a free trade agreement with Indonesia which has just removed all these certificates on loggings just there is strong coming back of illegal logging in Indonesia we know what is the situation in Brazil and Amazonia it's totally crazy if we have these free trade agreements somehow sometime sorry for the German audience to sell German cars we are ready to destroy Amazonia is just crazy so I mean the debate that will take place in Germany about this free trade agreement and we know how Germans can be very strong can be mobilized against TTIP for example we have to do the same to protect the forest and we will have to do the job also on a common agricultural policy because you know it's not enough to claim the green deal as a mantra I mean the common agricultural policy is just killing our European and worldwide biodiversity both the fact that we are killing our peasants thank you so much Yannick there are now two more questions I will take and I will hope that it will work so the first name on my list is Laszlo Dobosch and the second is Nadine Milde please introduce yourself and pose your questions and I have another question I would like to read by Vladimir Handel so Laszlo and then Nadine thanks for the opportunity to ask my question this is one mainly for the two members of European Parliament in the panel what I mean Ursula was saying sorry Laszlo could you please introduce yourself oh yeah thank you I'm I'm a Hungarian living in Germany and I'm just interested in the conference here I'm not member of the Green Party okay so Ursula was saying nobody is perfect okay the conditionality on rule of law is very important for the Polish opposition I believe this is the same for Hungary and I would like to ask mainly the two members of the European Parliament how realistic is it do you think that really a strong conditionality on rule of law will be introduced by the end of the year thank you very much now it's Nadine's turn Nadine are you there yeah so let's switch to the German okay or in English ich mach's mal auf deutsch aber kann auch umschalten perfekt sorry one second Nadine there is something um Janik do you have the translation i have the two languages at the same time me too okay shall i just switch to English then or yep but no um i think janik do you are you in the English channel yes i am okay so then you just probably have to mute the original tone if you if you hear both languages or Nadine you switch to the English channel and speak English so I try it again so are you in the English channel i am on my mobile phone i can't really okay so let's try it so go ahead i'm sorry for that let's try it again and please yes the technique just tells me it's great if you post a question in English so please go ahead okay um given the current majorities how can we realistically make sure that investments in climate transition or the billion euro corona aids do not lead to more social gaps and to more privatization of gains while risks and losses are socialized I'd like to know if you think that this can be achieved merely via binding financial aids to conditionality or whether we wouldn't have to link common fiscal budget and economic policies much more to a stronger integrated EU as a social union and whether that's realistic at all at the moment thanks if you're muted I was muted I'm very sorry so but I'm in the English channel so that's fine so I would like to read a question by Vladimir Handel from the Czech Republic he has a question to Janik but I think the others are also welcome to answer you indicated the Nord Stream 2 project will be dealt with from the German government side we hear the project is coming whatever obstacles may come any ideas what a compromise could look like so I will go back sorry so now let's probably start with well there were a lot of questions to the members of parliament of the European parliament but I think that the others can also comment on it please go ahead and this is the last round of answers so you can also include short statement you know what what is actually important from this discussion for you what do you take with you and then we will have a last poll question and a break after so let's start who would like to start let's start with Arturo are you there sorry okay yes so let let me tell you another an anecdote linked to what Janik and Sven told about about Italy in the last tournament if we if we look at the situation in Italy in February Italy has when the COVID crisis arrived Italy has other EU countries to help supply face masks and receive no response for weeks so this is to explain the sentiment the perception and the misperception of the Italians towards EU and EU partners in this moment so at that moment China's activities gained attention in the light of the slow reaction by EU actors leading to the widespread view that EU has abandoned Italy even if later on aid arrived the lack of coordinated policy and an efficient and pervasive communication strategy represents another shortcoming Europe's response so Chinese communication instead has been read without any conditionality and this caused great misperception on the public opinion and according to a poll released in April for example over 50% of Italians consider China a friend although European aid has much more relevant so I think that this recovery plan this EU recovery plan can play a role also in subverting also in re-change this kind of perception and this is very important in my view try to gain the favor of the Italian public opinion because it's very strange that the Italian public opinion that is generally strong pro EU is so rapidly change his opinion Thank you Arturo I think this is a very very important comment and I would now like to give the floor to Ushula so Ushula please feel free to answer the questions mainly the one on the rule of law conditionality and also to add summarizing comment from your side thank you I do believe that the conditionality of the rule of law is really important and it's basically crucial I believe for the next year and the next perspective of after corona and the new budgetary perspective how it's implemented really I do agree it's tricky how to implement it walking the fine line between engaging the markets and not letting not giving fuel to the populist governments to walk away from Europe so it's I understand and I agree it's a really fine balance but the mechanism is really crucial to bring the countries like mine back on track to help the civic society bring us back on track so that's for one and I do believe that I'm sorry Urshula I just received a message that you have to switch your channel again to English because you speak in the German channel and this is a technical problem so sorry so just to recap I believe this conditionality mechanism is extremely important we can discuss how the mechanism should be built in itself to find the right balance between not engaging the countries not giving the fuel to the populist governments of course as Sven rightly pointed out it does need to be an absolute fine balance and execution needs to be very careful but I believe that this mechanism is really important and it's almost I almost expect from Europe to provide that mechanism to help us deal with the lack of rule of law with populist governments undermining the rule of law every single day and we're almost out of tools and out of control mechanism locally so we really now over rely on Europe to help us to deal with this so this is crucially important and just to summarize on the final note I really believe that Germany during its presidency can help European Union to ramp up the solidarity and ramp up the communication on the European support even if it comes in smaller packages faster it needs to be communicated fast clear and louder because equally as someone already mentioned Italy is really focused on internal issues so is Poland and the European narrative is really not coming through and I believe it could really be hugely helpful and hugely important for Germany to really lead the way and help show that European solidarity is not just in our written values this is now time to put it in practice and we can do it faster if in smaller steps and really communicate about it much clearer much louder to just overcome the populist narrative that is quite widespread across Central Eastern Europe Thank you very much now Yannick and after Sven we are now almost you know actually moving to our break time so Yannick please last comment from your side and I guess the Nord Stream question is important but also please feel free to summarize or to tell us what is important for you after this debate and then after immediately Sven you can have the closing remark of this panel Thank you thank you Eva and thank you to all of you for this conference and this opportunity to debate on the rule of law I will not intervene because there is the next round table talking about that and I think it will be fair to the other speakers to answer Laszlo about populism I think it's interesting to see that somehow we could have expected that the fantasy of the border and the populist could be the big winners of the situation but I don't know whether it's fortunate but you know Bolsonaro Trump Johnson Salvini I mean the way they dealt with the situation is just crazy and I don't think they want any credibility facing a huge threat to the society so the issue is not finished but even in France the extreme right is not that much about the border about the frontier because we know that such a threat we have to deal with it together you know with more international cooperation but I mean I was more threatened at the beginning of the crisis that now about the extreme right and the populism talking about socialization of losses not in question I mean there is we have the European program sure which is 100 billion euros you know to help countries with partial unemployment I think one step Europe could take is to have a huge European training program you know especially for to 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 help workers you know to move from the old industry to the new green industry I mean we have also to help people to not to be left aside and to be sure that the European money is helping workers you know to get the right skills for the new economy and finally on North Stream there is a strong and alternative Greens have always put forward is you know the efficiency the energy efficiency in Europe I mean if we move next year or the next after when we will revise our energy efficiency directive if we move from 32 percent by 2030 to 40 percent we don't need that gas we just do not need that gas and it will be you know huge for our dependency it will be huge for our citizens and it will be also a good step for Ukraine because you know this North Stream 2 is also weakening Ukraine situation regarding Russia and thank you very much for all these conferences this conference thank you thank you Yannick Sven the floor is yours yes I try to be I try to be really precise so first to respond to Yannick's points on trade policy because I don't want to keep that unanswered so first the German Greens are very clear on Mercosur I never understood why we should be signing a trade agreement which of which the already weak environmental rules in the agreement are broken every day by Bolsonaro it makes no sense it is not a serious agreement when it comes to Indonesia I cannot imagine that our position is different we have very clear high conditions for bilateral trade agreements we are not in principle against bilateral trade agreements but they must be tools for strong sustainability and strong social conditions and this one is unlikely to be one simply because of the policies in Indonesia but I think what we have to make sure is that our environmental our agricultural model is changing so that we are not putting pressure anymore on the forests because it's not enough to be against these trade agreements the real matter is if we import palm oil bioethanol or sugar and other products and feed food for our animals so then we have pressure we create pressure on the global forests and that is what we have to reduce and therefore it's so important that the common agricultural policy is being reformed where we don't agree and that is we Janik knows this from our discussions in the group we are not in favor of a bi-European law bi-European act of course we agree that SMEs should have it easier in public procurement but we are not in favor of a clear bi-European preference that would only escalate international trade tensions I think that is not the best way to deal with this we are in favor of strong environmental and social conditionalities but not in favor of a general bi-European act and when it comes to the conditionality and the chances so Laszlo's proposal my understanding of the proposal of Ursula von der Leyen is that there will be a rule of law mechanism but only with a reversed qualified majority so this means the threshold for using it is so high that it will probably never be used this will be really bad and as Greens I think we have to put pressure on governments which were in favor of the rule of law mechanism like Germany to have a serious one and not one which will actually never be triggered when we put so much money into the European budget we want a strong rule of law mechanism in return and lastly warm greetings from Düsseldorf to Cologne we are citizens which love each other so when it comes to the social union I would say of course we agree we need a social union I also agree with the strategy of Yannick that if we can show citizens who are in difficulty at the workplace because they are poor that Europe is helping them this will be a good tool against the populists I agree but this budget with increasing public investment in the regions which are in difficulty this is a good thing this is a social measure in itself it will probably prevent hundred thousands of unemployed people in the weaker countries and we should speak proudly of this and if people make profit because Europe invests wisely we are not against we are not against companies making money because we do good public policy but what is not acceptable is that some countries some companies do not pay a fair share of tax in the European Union on the profits they make and this is something which has to be tackled in the same framework that we get minimum tax rules and minimum tax rates for corporate taxation in Europe but private profit with good business so like green business we are not against we are in favor optimistisch. Es überwiegt vielleicht und ja und nur wenige denken nein oder wissen es nicht. Nochmal ganz herzlichen Dank. Mein Dank geht auch natürlich an die Übersetzerinnen und Übersetzer. Das ist eine ganz tolle Leistung und an all die Leute im Hintergrund, meine Co-Moderatorin Claudia Rote. Ich gebe jetzt zurück an Ellen und nochmal vielen herzlichen Dank an die Gäste. Alles ja. Jetzt macht Ellen weiter. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ja, mein Dank geht an dich Eva für die Moderation dieser Runde und ich nehme auch Takeaways mit. Das eine, was Ursula gesagt hat, die Kommunikation über Europa zu verstärken, auch in Ländern wie Polen und auf der anderen Seite natürlich die Frage, Frage, wie erreichen wir eigentlich die italienische Öffentlichkeit? Und um die Frage von Sven zu beantworten, ob die Heinrich-Böll-Stiftung ein Büro aufmachen kann in Italien, wird unter anderem davon abhängen, wie die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl abschneiden. Jetzt entlasse ich uns tatsächlich in eine wohlverdiente, aber nur fünfminütige Pause und freue mich, wenn wir uns dann zur Vorstellung der Umfrage zur EU-Ratspräsidentschaft wiedersehen. Bis gleich. So, sehr gut. So, sehr gut. So, sehr gut. So, sehr gut. So, schön. So, sehr gut. So, schön. Wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Ellen. Wir wollen diese Studie jetzt gemeinsam vorstellen. Wir haben sie letztes Jahr initiiert, um die Debatte, um die Zahlmeisterdebatte, wie wir sie in Deutschland nennen, also dass Deutschland der Zahlmeister Europas war. Diese Debatte hat eine Tradition in Deutschland, aber wurde durch die Euro-Krise nochmal sehr stark neu aufgelegt. Und wir wollten uns anschauen, ob das die Blockadehaltung, die Deutschland oder die deutsche Regierung oft angenommen hat in den letzten Jahren mit Verweis auf die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ob dies wirklich eine Grundlage hat, wenn man die deutschen Bürgerinnen und Bürger befragt. Ich gebe jetzt zuerst an meinen Co-Autor Johannes Hilje weiter, der die Ergebnisse der Umfrage vorstellen wird. Ja, schönen guten Tag. Und die Fragen zur Deutschen zur deutschen Ratspräsidentschaft haben wir natürlich nur in diesem Jahr gestellt. Wir sehen vielleicht nicht ganz offensichtlich den vielleicht nicht ganz offensichtlichen Vorteil, dass die Daten nicht Corona-verzerrt sind. Also wir sehen können, was den Menschen neben der Pandemie und ihren Folgen auf den Nägeln brennt und dann eben vielleicht auch Teil einer jetzt diskutierten Zukunftsagenda sein können. Also es geht los mit den Ergebnissen. Sie sehen die Ergebnisse auf Englisch. Das hilft unseren nicht deutschsprachigen Zuschauern. Ich präsentiere aber auf Deutsch, aber so können wir zumindest beide Gruppen hier, beide Sprachgruppen abdecken. Als erstes zur generellen Rolle Deutschlands in der EU, die die Menschen von der Bundesregierung erwarten. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit als erstes auf die rechten beiden Balken lenken. Da sehen wir, dass in den letzten Jahren nur 46,7 Prozent die Bundesregierung als eher aktiv in der EU wahrgenommen haben. Aber für die Zukunft wünschen sich 72,8 Prozent, dass Deutschland eine aktive Rolle spielt. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Bewertung des Ist-Zustands und des Soll-Zustands. Und mit anderen Worten, viele Menschen in Deutschland wollen, dass die Bundesregierung aktiver wird in der EU. Und diese Diskrepanz ist größer geworden. Wenn man jetzt einmal auf die Balken auf der anderen Seite, auf der linken Seite schaut. 2019 haben zwei Drittel den Ist-Zustand schon damals als eher aktiv bewertet. Gehen wir einen Schritt weiter und kommen jetzt zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft und welche Themen für diese sechs Monate besonders hohe Priorität haben für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Wie gesagt, vor Corona erhoben. Klimaschutz steht ganz oben auf der Themenliste. An zweiter Stelle Migration und Asyl. Und an dritter Stelle Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ich springe direkt einmal weiter. Nämlich, wir haben die Menschen auch nach ganz konkreten Projekten gefragt. Nicht nur nach Politikfeldern, sondern nach ganz konkreten politischen Projekten, die die Bundesregierung während der Ratspräsidentschaft vorantreiben soll. Rausgekommen ist da, dass die Einführung einer EU-Digitalsteuer am meisten Zustimmung bekommt. Gefolgt von der Erhöhung des EU-Klimaziels 2030. Da geht es um die Menge der CO2-Reduktion bis zum Jahr 2030. Und an dritter Stelle steht die Schaffung einer europäischen Armee. Wir haben diese Ergebnisse, die Ergebnisse zu dieser Frage auch nochmal nach Altersgruppen aufgeteilt. Hier ist erwähnenswert, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Jungen-Kohorte und allen anderen Altersgruppen. Die Jungen haben die Erhöhung des Klimaziels 2030 auf den ersten Platz gewählt. Gefolgt von einem EU-weiten Eisenbahnnetz. Bei allen anderen Altersgruppen steht die Digitalsteuer auf Platz 1 und dann an zweiter Stelle erst das ambitioniertere Klimaziel 2030. Zwei Grafiken möchte ich Ihnen noch zeigen. Einmal haben wir die Menschen auch wieder gefragt, wie im letzten Jahr, wie sie den deutschen Finanzbeitrag zum EU-Budget einschätzen. Die Frage ist ja auch gerade im Lichte der aktuellen Debatte sehr relevant. Hier zeigt sich, dass eine knappe Mehrheit den deutschen Beitrag nicht zu hoch findet. Sie sehen das dann auf der rechten Seite auch noch ausdifferenziert nach verschiedenen Parteilagern. Da ist interessant zu erwähnen, dass auch in der CDU, CSU, in der Union auch eine Mehrheit den Beitrag nicht zu hoch findet. Also was die Kanzlerin da macht momentan und in den letzten Wochen vorgeschlagen hat, entspricht durchaus der Mehrheitsmeinung in der Unterstützerschaft ihrer Partei. Letzte Grafik, die ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben die Leute danach gefragt, ob sie denn für bestimmte Bereiche bereit wären, dass Deutschland mit seinen EU-Partnern noch mehr Geld ausgibt. Und da haben wir eine Bereitschaft festgestellt, wenn man eben nach konkreten Themen fragt, sind 95 Prozent dafür, dass bestimmte Bereiche mit mehr Geld ausgestattet werden. Da steht ganz oben Innovation und Forschung, gefolgt von Klimaschutz und an dritter Stelle das Thema soziale Absicherung. Also ein Hinweis darauf, dass wenn man über das Geld in der EU spricht, dann am besten mit Bezug auf die konkreten politischen Ziele, die damit verfolgt werden sollen. Auch diese Erkenntnis ist, glaube ich, im Blick auf die Debatte jetzt über den Recovery-Fonds von großer Bedeutung. Vielen Dank bis hierhin. Ich gebe jetzt ab an Christine, die dann diese Ergebnisse noch ein bisschen weiter einordnen wird. Ja, vielen Dank, Johannes. Unsere Studie, die wir gemeinsam mit dem Progressiven Zentrum herausgegeben haben, können Sie übrigens auch auf unserer Website www.böll.de finden. Vielleicht kann die Regie auch einmal die Studie einblenden. Ich möchte nun das politische Fazit präsentieren, das wir aus den Umfrageergebnissen ableiten. Zum einen sehen wir ein klares Votum für eine aktive deutsche Europapolitik. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert von über 70 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr stabil geblieben ist. Die EU-Ratspräsidentschaft ist jetzt dann die Chance für die Bundesregierung, ihre europapolitische Passivität aufzugeben und eine aktivere Rolle einzunehmen. Die Unterstützung dafür hat sie von einem Großteil der Deutschen. Das Zweite, was wir sehen, ist ein deutliches Bekenntnis zur gemeinsamen Investition in der Zukunft. Mit dem deutsch-französischen Impuls macht die Bundesregierung ja jetzt den ersten richtungsweisenden Schritt. Zum ersten Mal zeigt sie sich bereit, gemeinsame Anleihen aufzunehmen. Das ist ein Tabubruch, wie Sven Giegold es vorhin auch gesagt hat. Das Tabu der gemeinsamen Haftung wird hier gebrochen. Dieses Tabu war bislang stets mit dem Verweis auf die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gegründet. Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass die deutschen Bürgerinnen zwar insgesamt viel weniger skeptisch sind, als die Bundesregierung bislang vorgegeben hat. Dennoch haben die Deutschen auch Vorbehalte. Wie Johannes es vorgestellt hat, hält nur eine hauchdünne Mehrheit von 51 Prozent den deutschen Beitrag nicht zu hoch. Auf der anderen Seite ist eine große Mehrheit bereit, in der EU mehr Geld für gemeinsame europäische Investitionen in Zukunftsthemen in die Hand zu nehmen. Dabei stellen sie Forschung, Klima und soziale Sicherheit an die erste Stelle. Wir sehen daraus drei Aufträge, die sich an die deutsche Politik ergeben. Erstens, um die deutschen Wählerinnen und Wähler von den gemeinsamen Einleihen gänzlich zu überzeugen, ist es wichtig, dass der geplante Wiederaufbaufonds tatsächlich als Zukunftsfonds aufgesetzt wird. Denn die Verausgabung der Mittel muss, wie es heute auch schon angeklungen ist, an Klimaschutz und nachhaltige Investitionen geknüpft werden. Und ebenso an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Davon könnten dann die Deutschen überzeugt werden. Zweitens ist das Ergebnis eine Aufforderung an die deutsche Politik, die kommenden Debatten von den politischen Aufgaben herzuführen. Also die Debatten um den EU-Haushalt und die EU-Finanzen. Denn wie unsere Umfrage zeigt, sind die Deutschen für konkrete politische Ziele gut zu begeistern. Es wäre jetzt kontraproduktiv und gefährlich, den Mythos vom Zahlmeister Europas zu reaktivieren. Gerade in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen können, könnte dies eine generelle Europamüdigkeit der Deutschen herbeireden. Es ist im Eigeninteresse Deutschlands, die Wirtschaft in der EU gemeinsam wieder aufzubauen. Dass dies die Mehrheit der deutschen Bürgerinnen versteht, zeigt eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts vom Mai, also nach dem Ausbruch der Pandemie. Sie bestätigt unsere Ergebnisse aber konkreter in Bezug auf die Vergemeinschaftung der Schulden. Denn dort hat eine Mehrheit der Deutschen angegeben, bereit zu sein dafür, wenn es darum geht, den Erhalt der Eurozone zu sichern. Der Wiederaufbaufonds ist damit nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern auch des Eigeninteresses aller nationalen Mitgliedstaaten. Drittens ist es eine Aufforderung an die Regierung, ihre klimapolitischen Hausaufgaben zu machen. Nämlich nach den konkreten Projekten gefragt, die die deutsche Ratspräsidentschaft aufgreifen soll, ist ja auffällig, dass es mehrfach um Klima geht. Also ganz konkret um die Erhöhung der EU-Klimaziele bis 2030, die direkt an zweiter Stelle kommen. Deshalb ist es für Deutschland eine Frage der Glaubwürdigkeit, hier mit gutem Beispiel voranzugehen und klimapolitisch selbst gut aufgestellt zu sein. Schließlich sehen wir noch einen deutlichen Wunsch nach mehr sozialem Zusammenhalt. Die soziale Sicherheit gehört zu den drei Top-Bereichen bei der Frage, in welche Bereiche Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern investieren solle. Außerdem hat eine genaue Betrachtung der soziodemografischen Daten gezeigt, dass bei den vulnerablen Gruppen der Bevölkerung der Glaube an den Nutzen der EU überproportional sinkt. Das heißt, Menschen mit niedriger Bildung, niedrigem Einkommen und auch Menschen aus dem ländlichen Raum haben insgesamt eine skeptischere Haltung zur EU. Diese muss sich stärker um diese Menschen kümmern. So könnte der Wiederaufbaufonds auch für den sozialen Zusammenhalt in der EU und für die Resilienz zum Beispiel auch der Gesundheitssysteme genutzt werden. Unser Fazit Vor Deutschland liegt eine große Aufgabe, aber sie hat den Rückhalt in der deutschen Bevölkerung, um aktiv und beherzt diese Ratspräsidentschaft anzugehen. Wichtig ist auch, dass sie neben dem Krisenmanagement dringliche und schwierige Themen angeht. Neben der Klimapolitik steht bei den deutschen Befragten die europäische Asylpolitik und die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit ganz oben auf der Prioritätenliste für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das sind nun auch die beiden Themen, die wir im nächsten Podium diskutieren. Und damit übergebe ich zurück an Ellen mit einem Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Christine, für die Präsentation der Studie, die natürlich jederzeit auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung gründlich studiert werden kann. Manches sieht jetzt im Lichte der Krise sicherlich noch mal etwas anders aus und wir gucken da aufmerksamer drauf. Wir haben jetzt im ersten Panel und mit der Keynote von Leonore Gewessler uns sehr stark auf das Thema sozial-ökologische Transformation, wirtschaftliche Fragen konzentriert. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Thematiken, die wir mit dieser Konferenz nicht unmittelbar aufgreifen können. Wir wollen deswegen zwei Tiefenbohrungen vornehmen. Christine hat es gesagt, einmal am Thema Asyl und Migration und einmal zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Und ich habe jetzt wieder die Freude dazu übergeben an einen meiner Kollegen, nämlich Marc Berthold, der das Referat Europa Nordamerika in der Heinrich-Böll-Stiftung leitet. Und wir steigen jetzt ein als erstes in das Thema europäische Asyl- und Migrationspolitik. Lieber Marc, du hast das Wort. Gut, vielen Dank, liebe Ellen. Vielleicht sehe ich mich jetzt selbst. Jetzt können Sie mich wahrscheinlich auch sehen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie gesagt, wir haben dieses Mal jetzt 60 Minuten, um die Prioritäten für die deutsche Ratspräsidentschaft in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu besprechen. Doch zunächst, können Sie mich sehen? Ich habe ein Bild, das ist eingefroren. Bin ich raus? Alles gut, alles gut. Okay, wunderbar, vielen Dank. So, auch nochmal kurze technische Hinweise für diejenigen, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet sind. Wir werden ja, wir übersetzen in Deutsch und Englisch. Da gibt es zwei Kanäle, die sehen Sie unten in der Leiste. Wenn Sie beide Sprachen hören wollen, mit den Referentinnen und Referenten, dann können Sie es einfach inaktivieren. Die Originalsprache, die Sie sonst doppelt hören, während ich übersetzt werde, können Sie auch leise stellen. Das geht überall unten in der Leiste um in das Feld Dolmetschen bei Ihnen. Sie werden im Laufe der Diskussion auch Fragen stellen können. Das können Sie zweierlei machen. Einmal schriftlich über das Frage- und Antwort-Tool, auch unten in Ihrer Leiste unterhalb des Videos. Wir haben großes Interesse, möglichst viele Stimmen aus Europa einzufangen, die ja heute auch zugucken. Insofern, wenn Sie bereit sind, wenn Sie möchten, können Sie mit hinzuschreiben zur Frage, von wo aus Sie gerade zugucken. Dann kam die Co-Moderatorin, meine Kollegin Julia Bartmann, die das im Hintergrund macht und der ich an dieser Stelle auch dafür danke, die Gelegenheit, das mit in den Blick zu nehmen. Sie können aber auch unter der Teilnahme Ihre eigene Hand heben. Das heißt, später, wenn wir in die Diskussion einsteigen, dann können Sie auch sagen, ich möchte das gerne live stellen. Das geht nur per Audio. Aber dazu werden Sie herzlich eingeladen. Und ich versuche dann, eine kleine Auswahl zu treffen. Insgesamt, das haben Sie, wenn Sie vorhin dabei waren, auch gesehen, werden wir nicht viel Zeit haben für umfassende Fragen. Aber wir möchten natürlich so viele Interaktionen wie möglich hinbekommen in den letzten 30 bis 20 Minuten dieser Stunde. So, seit vielen Jahren sehen wir, dass die europäische Flüchtlingspolitik dysfunktional ist und die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind oder auch nicht gewillt sind, sich auf eine neue gemeinsame Politik und eine Verteilung von Geflüchteten zu einigen. Derweil ist der Druck seit 2015 im Zuge des Syrien-Krieges dramatisch gestiegen. Seit Jahren ertrinken viele tausende Menschen im Mittelmeer. Auf dem Westbalkan kommt es zu Pushbacks an den EU-Außengrenzen. Im Zuge des EU-Türkei-Deals werden Geflüchtete zum Spielball von Machtinteressen, wie wir zuletzt, zu Beginn dieses Jahres auch verfolgen konnten an der griechisch-türkischen Grenze. Die südlichen Mitgliedstaaten Griechenland, Italien und Spanien sind davon besonders betroffen. Und die humanitäre Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln ist aktuell ein besonders dramatisches Beispiel dafür. Alle drei Länder fühlen sich sowohl von Brüssel als auch von anderen Mitgliedstaaten im Westen oder im Norden im Stich gelassen. Und von der gemeinsamen Verantwortung und Solidarität in der Flüchtlings- und Asylpolitik ist daher leider wenig zu sehen. Dennoch hat die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen angekündigt, einen neuen Vorschlag zur Neuauflage für gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik zu veröffentlichen. Aber auch dieser Zeitplan ist durch die Corona-Pandemie erst mal durcheinander geraten. Und erst gestern hat Bundeskanzlerin Merkel auch noch mal gesagt, in einer Videokonferenz mit der Fraktionschefs im Europäischen Parlament, dass die Neuauflage einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik weiterhin Priorität auch der deutschen Ratspräsidentschaft ist. Deswegen wollen wir uns auch heute damit näher beschäftigen. Uns geht es jetzt in der kommenden Runde um die Fragen, welche Prioritäten sollte die Bundesregierung in diesen Fragen Asyl- und Fluchtpolitik setzen? Welche Möglichkeiten gibt es derzeit, dass da tatsächlich was erreicht werden kann? Und wie stehen die Chancen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft tatsächlich da erfolgreich sein kann? Und was könnten da Benchmarks für sein? Auf diese drei Leitfragen haben wir drei Referentinnen und Referenten mit jeweils fünf Minuten. Ich stelle sie jetzt vor in der Reihenfolge, in der ich sie auch aufrufen werde, um ihre Inputs zu geben. Der erste ist Lefteris Papajanakis. Er leitet die Abteilung für Advocacy, Politik und Forschung der griechischen Menschenrechtsorganisation Solidarity Now in Athen. Die Organisation arbeitet zu Flüchtlings-, Migrations- und Integrationsfragen in Griechenland. Seit 2014 ist er auch Mitglied im Stadtrat von Athen und war vom Sommer 2016 bis 2019 Vizebürgermeister in Athen für Migrations- und Flüchtlingsangelegenheiten. Er war der Präsident des Integrationsrats von Athen und in dieser Zeit auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe Migration und Integration des EuroCities-Netzwerks. Danach werde ich bitten für einen Input Dr. Hanne Beirens. Sie ist Direktorin des Migration Policy Institute Europe in Brüssel. Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit der Politik der Europäischen Union in den Bereichen Asyl und Migration, aber auch Menschenhandel, Arbeitsmigration und Jugend. Und bevor sie zum MPI kam, war Hanne Beirens Lead Managing Consultant für ICF Consulting, wo sie Folgenabschätzungen, Machbarkeitsstudien und Evaluierungen für die Europäische Kommission auch dort mit dem Schwerpunkt Asyl- und Migrationspolitik konzentrierte. Und davor arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Sozialstudien der University of Birmingham und auch für den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Und als Dritte im Bunde, bevor wir danach in die Diskussion gehen, ist Dr. Franziska Brandner. Sie ist Mitglied im Deutschen Bundestag und dort Sprecherin für Europapolitik sowie stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Europaausschuss und stellvertretend ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Zuvor war sie auch vier Jahre lang Abgeordnete im Europäischen Parlament und ihr Wahlkreis ist in Heidelberg. Sie hat Politik, Wissenschaft und Volkswirtschaft studiert und Sozialwissenschaften sowohl in Paris als auch in New York und promoviert hat sie in Mannheim zur Reformfähigkeit der Vereinten Nationen. So, herzlich willkommen an alle drei. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Und Lefteris Papanianakis, ich angesichts der herausfordernden Situation in Griechenland, im Besonderen, die ich vorhin kurz ausgeführt habe, was müsste oder wie müsste eine gemeinsame Flucht- und Asylpolitik der EU aus griechischer Perspektive aussehen? Was wird da in Griechenland aktuell diskutiert? Und welche Erwartungen haben auch Sie persönlich mit Ihrer Arbeit an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft? Ich erteile Ihnen das Wort und freue mich von Ihnen zu hören. Vielen Dank, Herr. Ich möchte die Organisierten für mich für die Einwanderung haben. Als ich nur fünf Minuten habe, werde ich sehr, sehr, sehr kurz sein. Wie Sie verstehen, in fünf Minuten können wir nicht überprüfen, weil es so viele Punkte gibt, dass wir so viele Punkte können und diskutieren können. Ich werde versuchen, eine sehr kurz, bullet-style Präsentation zu machen. Wie Sie wissen, für den Momenten, in der Europäische Union, die Diskussion über Migration und Refugee ist sehr wichtig. Aber wir können nicht vergessen, dass wir eine Europäische Asylums-Systeme seit 2013 haben, wir haben keine legalen Migration-Pathwäge über die EU-Ratspräge. Das ist der erste Punkt, dass wir, an einem Moment, zu diskutieren und zu diskutieren. Wie wir implementieren, eine Politik, die die Menschen in der EU-Ratspräge mit den EU-Ratsprägen und die EU-Ratspräge muss, natürlich, mit der EU-Integration-Pathwäge. Wie Sie wissen, jeder Mitgliedstaat hat eine andere Sprache. In vielen Mitgliedstaaten, wie ich, nichts ist zu tun. Es ist eine der Lacken-Pathwäge in Griechen. Although wir sprechen über Integration, von der Sicht der Polizistik-Implementation, da ist nicht so viel, dass sie sich implementiert haben. Wir wissen, dass wir die meisten erfolgreicher Beziehungen haben, von selbst-Integration in Griechen. Die Albanien, die in den 90er Jahren kamen, in Griechen, sind wahrscheinlich eine der meisten erfolgreicher Beziehungen, von selbst-Integration. Das ist, ich glaube, ein sehr wichtiges Punkt. Wir müssen uns über die Beziehungen, der Funding possibilities für Integration geben. Da gibt es viele finanzielle Instrumente. Aber, unfortunately, for example, die Leute nicht haben die Möglichkeit, die Leute nicht zu haben. Wenn wir über Integration sprechen, wir wissen, dass das passiert auf der Lokal-Level. Und, unfortunately, die Leute und die Leute nicht haben die Möglichkeit, die Leute nicht zu tun haben. Der dritte Punkt, das ich möchte, ist, dass ich denke, dass jeder kann agree, oder zumindest über die Deterrenz-Policy, die die EU ist implementiert. Wir haben eine sehr narrow-mindeden Politik, die sich implementiert. Es ist, dass die EU-Common-Turkey-Deklaration, für Griechen. Wir sind als die Watchtokk für die gesamte Europäische Union, und das hat viele Tensionen in Griechen. Ich will briefly point out die Probleme und die Debate sind in meinem Land. Die Deterrenz-Policy und die Deterrenz-Policy das ist, dass die Menschen glauben, dass wenn wir eine schlechte Konditionen von Reception haben, die Leute nicht kommen werden. Und wir treaten Migration als ein Problem, und Migrant als ein Problem als ein Problem. Unfortunately für sie, Migration ist ein Teil der Humanität. Ich kann sogar ein bisschen sagen, dass es ein Human Rights ist. So, treating Migration als ein Problem immediately raises die Frage der Solution. Sorry, da ist kein Solution. Es gibt keine Solution. weil es nicht ein Problem ist. Wir müssen es in eine andere Art zu behandeln. Wir müssen ein Holistik-Policy Ich weiß, dass es ein bisschen utopisch ist, aber die Weise, dass wir mit Migration mit Migration momentan ist, und es füllen Conservativismus – und ich bin sehr nett über das – Populismus und Xamaphobie. Ich denke, dass diese drei Punkte, von der Europäischen Union, sehr wichtig sind. Wir müssen die Narrative und die Veränderung und die Veränderung und die Veränderung und die Veränderung von Migranten. Und natürlich, natürlich, auch ein Thema und das große Ngo. Die Narrative sehr stark über die Ngo. Manche Staten sind in der Ngo. Es beginnt also in Grieße. Und das ist sehr sad für mich. Unfortunately, die Debatte, die Hungarisch-style-debate, ist auch schon seit zwei oder drei Monaten gewesen. Und das ist sehr worrying für mich. Ich bin froh, dass wir in einer urbanen Richtung ohne zu erkennen, denn ich glaube nicht, dass es ein Plan ist. Aber ich denke, dass wir da sind. Switching to the Greek reality. Unfortunately, die Narrative für Migrants und Refugee ist sehr, sehr hostile. Du weißt, dass Greece ist aus einer zehn-jährigen Krise, which ist eine real Krise, eine aktuelle Krise, eine finanzielle Krise. Und die Leute hatten höchste Hoffnung, dass sie aus der woods waren und jetzt haben sie die Möglichkeit, um eine bessere Zukunft zu finden. Unfortunately, die Pandemie, die Covid-19 stopt das Prozess. Und wir sind in der Prozess der Diskussion auch die Refugee. So, diese Mixung ist sehr gefährlich. Und wir haben, unfortunately, viele Spiegel-eventen, attacken auf die Migranten. Wir haben, da gab es einen Attacken auf ein Hotel, die eine Familie, die wir nie gesehen haben, in Greece haben. Ich muss mich daran erinnern, dass eine der Länder in Greece war für die Nobel-Priise für die Solidarität. Aber, unfortunately, diese Islanden jetzt ist, hat sich aus dem anderen Weg gegangen. Und wir haben gesehen, die wir nicht so sehr stolz sind, als Europäische. Und diese Narrative ist vielleicht sogar noch schlimmer, because of the events of Evros in March as you know Greece has been saluted as a guardian of the external borders of the EU by the president of the commission when she visited Evros and I think she had we had also the president of the council without being 100% sure if someone remembers please correct me and Greece has been saluted as the guardian of the external borders of the EU when Turkey weaponized migrants and tried to cause an incident between the two countries with Turkey we are used to having these events as you know we go way back so it is an unfortunate event that the EU chose Turkey as to be the how can I say that to have the keys of the migrant flows management because the EU failed to present a concise plan and so Greece has to face also also the issue with the neighboring issues between us and Turkey I will stop here there are a lot of questions that I cannot raise now but hopefully through the questions we can address them thank you very much and sorry about taking a bit of time thank you very much thank you very much thank you very much Lefteris that's also for the for the for the time of the time of the vortrags thank you very much thank you very much and there are your institute you have created a working group and a commission and I will I will for the policy to make and especially with many perspectives from different EU countries and now we have from the situation in Griechenland and the perspective heard and I would thank you very much can you hear me okay yes thank you very much for inviting me to join this panel this is really interesting I'm very pleased to be here today and I think it's a really interesting question of course all eyes are directed to the German presidency especially with the long-awaited pact on migration asylum arriving hopefully later in June and when I was reflecting on this question before there's of course so many elephants in the room that will be in the negotiation rooms there and lots of snake bits but let's focus on two and the first one that we will be confronted with is a big question and different kind of opinions between member states about how do we offer protection so on the one hand are we willing to maintain a system where asylum seekers can arrive spontaneously and apply for international protection or are we willing to move gradually or exclusively to a situation where asylum seekers would apply in third countries and then be transferred so this is also what the previous speakers were referring to this idea of of legal or safe pathways to protection which is really an important one and what we saw in as a result of the 2015 and 2016 crisis that the core or the voice for strengthening legal pathways to protection and maybe focusing more on that really strengthened and my suspicion is that with the current pandemic that this position will only be strengthened why? It's because there were a lot of border closures travel restrictions as a result of the pandemic and it's given governments or at least some governments in the EU the hope or maybe the illusion that we can actually stop asylum seekers from coming spontaneously or that we at least can manage it better the kind of refugee movement so I think that's going to be a really important one for the German presidency and not to be too negative it also is an opportunity to maybe strengthen the kind of resettlement scheme that was set up in the EU in 2015 and could be up for renewal so there's a lot of opportunities there then maybe the second fault line or the second important element for the German presidency when negotiating on asylum will be the question of really the very basic question where we've come now after four years of negotiation how do we organise a common European asylum system across 27 member states what we all know is that since the Schengen system came into place this whole idea that you allow free movement of goods services and people that the question arose how do we deal with asylum seekers arriving here and who are applying for international protection and the response has been since the 1990s really to to give a more kind of legal response to this if only we can set up a system of principle and values and commitments and laws then this will work out and that's what we've invested in over the last 20-25 years actually but what happened in 2015 was that we really saw that a common European asylum system that rests on pillars that are mainly built out of legal principles and laws is that it becomes really problematic when the numbers pick up so when we had 2 million people arriving here in 2015 2016 there was a lot of asylum system that crumbled very initially why is because many member states hadn't invested in building up a decent asylum system there were not enough reception places not enough staff not enough case workers and so they all crumbled and there was a lot of frustration very very quickly between member states on the one hand the group of the front-line states which felt abandoned as you also outlined at the beginning in terms of being responsible solely for registering people processing asylum claims but also a group of member states like the Western European and the Northern European countries saying well that a lot of these people move on through secondary movements we then have to support them over here and they stay on for decades and then the group of the Eastern European countries which were asked to be solidarity and show solidarity but very very apprehensive about this idea of having asylum seekers relocated from other places because they saw it as a threat to their cultural human humanity so just to end I think there's a lot of problems there and a lot of sensitivities but on the other hand there's also an opportunity I think the crisis has shown both the 2015 but also now the COVID-19 one with UNHCR and Commission coming up with very practical ideas of how to improve asylum processing there's a possibility to really strengthen the operational side to invest in that and we have the Azov there who has a lot of experience there but also member states practically working together so the German presidency could really foster that and they're already doing it for example with a small initiative but an important one with the unaccompanied miners from Greece and I'll leave it at there thank you Ja, vielen Dank Hannah auch für Oh, Moment So, jetzt bin ich im richtigen Kanal Vielen Dank Hannah auch für die Punktlandung mit der Zeit genau fünf Minuten Sehr schön der Optimismus und die Hoffnung dass sozusagen die deutsche Ratspräsidentschaft und die Bundesregierung Deutschlands da auch investieren werden Auf dem Papier hat sie oder auf Video hat sie das auch gestern nochmal gesagt fragt die Bundeskanzlerin Meine Frage an Franziska Brandner jetzt wäre welche Rolle die Bundesregierung während der Ratspräsidentschaft aus deiner Sicht da sieht und die Gelegenheiten wo siehst du sie aus grüner Sicht und was könnte die Bundesregierung tun auch um diese verschiedenen Erwartungen auch aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten einmal Süden wurde ja genannt aber auch die Verweigerung bislang aus dem Osten was kann da die Bundesregierung tun überhaupt Franziska auch fünf Minuten und dann diskutieren wir weiter gemeinsam Ja herzlichen Dank für die Einladung und falls mich manche schon vorher gesehen haben ich bin noch im Bundestag und das ist das erste Webinar was ich nicht von zu Hause mache wo ich mittlerweile alles perfekt installiert habe und der Bundestag ist noch etwas schwieriger also zu deiner Frage was kann die Bundesregierung tun unter der Ratspräsidentschaft mein Eindruck ist dass wir seit Jahren Jahrzehnten versuchen diese Frage Asyl und Migration zu lösen und nicht weiter kommen Entschuldigung liebe Franziska Brandner Sie müssten bitte noch Ihren Sprachkanal auf Deutsch einstellen damit die deutschen Zuhörerinnen sie auch hören können vielen Dank Okay Achso Entschuldigung Deutsch Gut Jetzt geht es Hört man mich jetzt Super Danke Okay Kann ich jetzt weiter machen Ja Okay Verzeihung Also mein Eindruck ist wir sind seit Jahren Jahrzehnten blockiert mit der Frage wie gehen wir solidarisch mit der mit Migration und Asylfragen um Wir kriegen es nicht hin Es gibt ein Party manchmal bereit voranzugehen aber als gesamte Europäische Union blockiert Ich bin auch der festen Überzeugung dass wir da wahrscheinlich wenn wir das nur in diesem Bereich Asyl und Migration versuchen nicht hinbekommen Wir sehen parallel dazu dass wir genauso Solidaritätsanforderungen haben wirtschaftlich finanziell gesehen jetzt in der Corona-Krise aber auch schon davor von Ländern auch durchaus im Suden Europas aber nicht nur auch viele Osteuropäer die auch noch finanziellen Unterstützungsbedarf haben Dann haben wir eine dritte Solidaritätsfrage bei dem Thema Energie Stichwort Nord Stream 2 wo die Osteuropäer auch Solidarität erwarten von Deutschland und sie bisher nicht erfahren haben Da gibt es einen weiteren Komplex Solidarität Das ist die ganze Frage aus Russland Sicherheitspolitik Auch hier haben Osteuropäer eine Erwartung der Solidarität mit Blick auf die Gefahr die sie sehen aus Russland an den Rest der Europäischen Union Wir haben in allen Bereichen Wirtschafts- und Währungsunion Asyl und Migration Energie Außen- und Sicherheitspolitik ungelöste ungeklärte Solidaritätsfragen die jeweils in den einzelnen Kanälen nicht gelöst werden können Und ich glaube dass momentan in dieser Krise vielleicht die Möglichkeit besteht die unterschiedlichen Solidaritätsstränge möchte ich sie mal nennen zusammenzubringen und vielleicht die Helmut-Kohl'sche Methode anzuwenden dass es eben am Ende ein Geben und Nehmen ist am Ende alle besser dastehen und jeder irgendwo einen Kompromiss eingibt Ich glaube dass wir so eine größere Herangehensweise brauchen und es schwer sein wird wenn wir es versuchen im Silo zu behandeln Das ist der erste grundsätzliche Punkt und ich denke die Corona-Krise die uns alle durchschüttet ist vielleicht der Moment dieses Große auch anzugehen Das wäre zumindest etwas für die deutsche Ratspräsidentschaft einen derartigen Versuch zu starten Frau Merkel könnte sich in die Tradition von Helmut Kohl stellen Zweiter Punkt wenn es darum geht jetzt konkret Möglichkeiten aufzuzeigen Wir diskutieren nicht nur seit gestern aber seit gestern noch konkreter über den europäischen mehrjährigen Finanzrahmen um große Hilfsummen mit Blick auf den Wiederaufbaufonds und natürlich ist auch klar dass die Frage von Asyl und Migration auch eine finanzielle Komponente hat Es gibt da die unterschiedlichen Ansichten die einen möchten gerne finanzielle Strafen haben für jene Länder die keine Flüchtlinge aufnehmen Ich halte es immer dafür wir gehen jetzt über Anreize also dass man die Kommunen unterstützt in ihren Integrationsbemühungen die zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen dann hätte man einen positiven Anreiz ich sage auch mal ganz offen in Klammern wo wir negativ konditionell sehen also wo wir Gelder entziehen werden wir nur in einem Bereich hinbekommen und dann ist mir die Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dort der richtige Weg mit Blick auf Negativkonditionierung und bei dem Thema Asyl und Migration ist es für mich eine positive Konditionierung also man kriegt zusätzliche Gelder für Kommunen für lokale Integrationsmaßnahmen das wäre dort ein finde ich gangbarer Vorschlag der auch kompromissfähig sein könnte denke ich mal weil man eben nichts wegnimmt sondern zusätzlich gibt und dann gibt es die gesamte Frage inwieweit wir den Süden entlasten bei der Aufnahme und Erstregistration und dann Verteilung ich glaube dass ja dass es dringend notwendig ist dass wir europäische Registrierungsmöglichkeiten an den Außengrenzen haben dass dort die Europäische Union dafür verantwortlich ist die Menschen eben auch als Erstaufnahmen vor Ort zu haben zu registrieren zu checken wer sind sie Identitätsprüfungen zu übernehmen erste vielleicht sogar schon Beratungen vorzunehmen und dann zu verteilen um die Asylverfahren in den Mitgliedstaaten zu machen aber dass man auch diesen Bereich nicht einzelnen Ländern an den Außengrenzen mehr überlässt sondern das gemeinsam schultert und dadurch auch einen menschlichen Umgang einen menschenwürdigen Umgang sicherstellen kann und dann gibt es ja jetzt die Vorschläge die anscheinend auch kommen werden von Frau von der Leyen mit unterschiedlichen Dimensionen aus denen dann die Länder sich auch was raussuchen können da wird immer wieder genannt die eben Aufnahme von Flüchtlingen über Resettlement Programme dann die Verteilung intern dann die Frage wohin Gelder gehen intern die Frage wohin gehen Gelder extern humanitäre Hilfe Entwicklungshilfe dass man mehrere Baskets hat ich bin nur dafür dass man sich nicht aus einem Basket rauskaufen kann also man muss schon von allem etwas machen das vielleicht mal ein paar Gedanken zu Beginn ja super vielen Dank Franziska das war ein guter Aufruf an die Kommission an die Rastpräsidentschaft neu zu denken pragmatischer zu denken Dinge miteinander zu verknüpfen da würde ich als erstes gleich auf Lefteris nochmal zurückgehen und sagen wäre denn so ein Weg sozusagen verschiedene solidarische Momente gemeinsam zu denken und auch eine positive Konditionierung hinzukriegen wäre das ein Weg unter anderem für die griechische Regierung sozusagen würde da verspricht sie sich da was von und vor allen Dingen auch mit Blick auf andere europäische Partner die Griechenland natürlich hat und bevor sie antworten allerdings nochmal auch die Anregung an das Publikum wir haben 340 Gäste im Moment die noch zuschauen sie dürfen Fragen stellen gerne schriftlich über das Format Frage und Antworten um dann sozusagen mit meiner Kollegin Julia Bartmann was auswählen kann damit wir gleich gemeinsam auch mit ihnen diskutieren können so für diesen kleinen Werbeblock jetzt aber erst mal zurück an Lefteris Papayanakis you're still muted sorry yes you can hear me now yeah it's fine sorry I think that the Greek government has made a political choice on how to handle the issue to be honest she found a great pathway paved by the previous one that also didn't do much in the management of the issue the political landscape around Europe is very complicated and fear and conservativism are present everywhere so and because we have also a conservative government so I think that it's very difficult for the government to change the approach I think they are trapped in a one-way street if you want they haven't mentioned integration since the election not even once I think especially the minister for migration so I think that the context is very complicated so please Mark can you also repeat the last part of the question just for me to understand because I lost a bit the connection I had not only pro-solidarity or counter-solidarity I think that we have many different opinions amongst the member states unfortunately the solidarity that is needed is not demonstrated but also we have a lack of responsibility sharing the good good example of the of the relocation programs back in 2018 17 18 a very good example but unfortunately not everyone participated the conditions that many member states presented were unacceptable to be honest and not to say racist we need we are only going to get refugees who are tall blonde with blue eyes and christians so that destroyed the whole process at least at the EU level so we went with those who were willing and we do the same thing also with Anakobar and Minos because I think Hannah mentioned the issue of Anakobar and Minos we are doing again we are using again the same model we are doing a coalition of the willing but this is not politics and this is not a policy also it's just temporary and ad hoc process that doesn't allow the EU to have a concise and complete policy so Greece is expecting more a lot more I think that Greece is expecting to be recognized for what she did I'm not saying that we did everything good in a good way because the camps in the islands are a disgrace and this is not a good example but we expect more the citizens the Greek citizens expect that their friends in other member states recognize their important roles that they play but they also expect policy concise and specific policies that will allow responsibility sharing and solidarity thank you thank you thank you thank you thank you very much thank you zusammendenken muss, die großen Herausforderungen gemeinsam denken, um da ein gemeinsames Verhältnis, Verhandlungspaket rauszubekommen. Und wenn ja, sehen Sie denn Schritte in diese Richtung? Thank you for that question. I think it's a really interesting one. I think this stems from a lot of thinking that has been happening over the past years about how can we reconceptualise, how can we rethink solidarity within Europe? Originally, we started with a programme like the Relocation, where it was the physical transfer of people and the hope that that would allow for sharing the so-called responsibility when it comes to asylum. But as I said before, there was a lot of resistance on that. And since then, we've seen different ideas of solidarity come up. I think it was Viktor Orban who originally started with the idea of flexible solidarity. We're saying, like, there's other ways in which you can support one another. It doesn't necessarily have to be by sharing or transferring people, but it could also be financial solidarity, it can be staff training, all those kind of things. And I think in the beginning, we were very reluctant, many thinking about that idea. But I think over time, in view of the sensitivities and also the fact that there's a lot of, oh, there's a lot of, yeah, sorry, I just hear some background noise. There's a lot of apprehension about this. We've seen this idea of tying different kinds of solidarity in this area. I think it's an interesting one. And I think what the previous Beak Lefteris was saying, it's really important. I think it needs to be a combination of this kind of financial support, this kind of practical support that I was also talking about, I think is really important. But ultimately, countries at the frontline of Europe at the external borders are really looking for a more kind of reliable set of rules as to what will happen if a new wave of asylum seekers will come. Are we sure about how we're going to distribute or be solidarity in those different kind of areas? And I think that's going to be a really important one. Thank you. Vielen Dank, Hannah Beirens. Bevor wir gleich nochmal dem Publikum die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich selbst einzubringen, nochmal eine Frage an Franziska Brandner. Aufgreifend das, was Hannah Beirens gerade gesagt hat, die Verteilung. Es gab ja Versprechen, auch seitens der deutschen Bundesregierung, Menschen von den Inseln aus Griechenland derzeit aufzunehmen, ganz akut. Es gibt eine ganze Reihe von Städten in Deutschland, die sagen, wir haben hier Platz, wir sind vorbereitet, wir würden gerne. Es ist auch Bundesländer und trotzdem passiert es nicht. Jetzt hat natürlich die Bundesrepublik seit 2015 total viel geleistet mit der Aufnahme, aber welche Rolle, also woran scheitert das im Moment sozusagen diese Versprechen und diese Commitments einzulösen, was die Evakuierung oder die Aufnahme von auch gerade von geflüchteten Minderjährigen betrifft und was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit mit Blick auf die Ratspräsidentschaft? Ja, ich finde es übrigens nochmal wichtig schon zu sagen, klar haben wir 2015 sehr viel gemacht, aber selbst dieses, also den gesetzlichen Rahmen, der die Verteilung dann vorgesehen hatte, der ja gegen den Willen einiger Osteuropäer auch beschlossen wurde, der auch nicht umgesetzt wird von den Osteuropäen, aber er wird auch nicht von Deutschland umgesetzt. Also nach diesem Schlüssel hätten wir in den letzten Jahren auch schon wieder viel mehr Menschen aufnehmen müssen. Also das einfach nochmal, finde ich, zum Wissen, dieser gesetzliche Rahmen, der wird von keinem Land umgesetzt, auch nicht von Deutschland. Also es hält sich einfach de facto niemand dran. Und deswegen sind wir ja in dieser misslichen Lage, weil es hätte ja auch sein können, dass wir dann sagen, okay, vielleicht hält sich Polen nicht dran und Ungarn, aber wir anderen fangen mal an, uns dran zu halten. Das ist ja trotzdem die gesetzliche Grundlage eigentlich, die wurde ja nicht geändert, wäre ja vielleicht auch einfach mal ein Gedanken, den man gehen könnte. Mich ärgert es immer wieder, dass wir da uns so rausreden damit, dass wir sagen, die anderen halten sich nicht dran. Aber wer weiß, vielleicht würden sich ja ganz schön viele dran halten. Das vorangestellt. Und jetzt mit dem, was wir dann seither versuchen, mit Blick auf die griechischen Inseln, zur Entlastung der griechischen Inseln... Sorry. Miss Brandner, Sie müssten bitte wieder den deutschen Kanal einstellen, Frau Brandner. Okay. Ach, es tut mir leid, dass mit dem deutschen Kanal... Und alle Diskussionsteilnehmenden müssten das bitte auch noch einmal einschalten, jetzt bei sich. And so please all participants, please check whether your language is correct, because the simultaneous translation was restarted. So please just reassign the language you're speaking. Thank you. Genau, also seit Januar sollten eigentlich viel mehr Menschen von den griechischen Inseln zu uns gekommen sein. Wir haben für viel mehr gekämpft, aber selbst das hat ja noch nicht geklappt, sondern es sind ja ungefähr 60 nur in Deutschland bis jetzt angekommen. Das ist unterirdisch wenig und es steht überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was eben Kommunen in Deutschland und auch Bundesländer angeboten haben, zur Entlastung der griechischen Inseln beitragen zu wollen. Das hängt an Herrn Seehofer. Ja, also diese, die Bundesländer können eigene Sonderkontingente machen. Baden-Württemberg hat es damals gemacht für die Jesidinnen, erinnern sich vielleicht manche darin, damals hatte auch Seehofer zugestimmt. Also es ist auch nicht so, als ob er das noch nie gemacht hätte oder was ganz außergewöhnliches ist, sondern das gibt es, das ist ein bewährtes Verfahren, genutzt und jetzt weigert Seehofer das. Und ich finde es wirklich mittlerweile einfach nur noch unterirdisch. Es geht darum, Griechenland zu entlasten, einen anderen EU-Staat. Ja, und selbst da sagt er nein. Und immer wieder dieses Rausreden, das machen wir erst, wenn andere Europäer mehr tun. Das ist ja so eine Huhn-und-Ei-Frage. Ja, wenn keiner anfängt, dann wird sich auch nie was bewegen. Und wir könnten eindeutig momentan mehr Menschen aufnehmen. Vielen Dank, Franziska. Ich rufe jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf, Fragen zu stellen. Sie können auch gerne die Hand heben. Das läuft, wenn Sie unter Teilnehmer gehen. Und dann würde ich Sie aufrufen. Und in der Zwischenzeit vielleicht aber, da ich hier in meinem Chat noch keine Fragen sehe, noch mal eine Frage an Lefteris Baranakis mit Blick auf den EU-Türkei-Deal. Wie ist die Einschätzung, wie aus griechischer Sicht, aus Ihrer Sicht, wie es weitergehen könnte, wie es weitergehen sollte? Wir haben ja im Januar gesehen, dass es auch ein politisches Machtinstrument ist seitens der türkischen Regierung. Was verspricht sich oder was erhofft sich? Was erhoffen Sie sich, aber was erhofft sich vielleicht auch die griechische Seite, wo es weitergehen sollte? Und jetzt tauchen die ersten Fragen auf, aber antworten Sie erst mal und dann stelle ich die weiteren Fragen. Es scheint so zu sein, dass die Internetverbindung von Lefteris Baranakis gar nicht mehr gut ist. Dann gibt es, stelle ich jetzt, Nadine Milde hat sich gemeldet. Dann würde ich Sie jetzt freischalten. Hallo, hallo. Ja, wunderbar. Glaubt es? Super. Ja, ich hoffe, ich sprenge die Runde mit der Frage nicht, denn ich wollte die bisherige Runde gern ein bisschen ausweiten. Der Fokus der Diskussion bei Asyl- und Migrationspolitik liegt ja immer sehr stark auf den Menschen, die hierher kommen, die direkt hier in existenzieller Not sind, was ja auch immens wichtig als Thema ist. Aber was dann doch oft fehlt, ist der ganze Bereich der Ursachen von Flucht und Armutsmigration, der, glaube ich, auch durchaus wichtig ist, um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung auch zu schaffen. Also um klar zu machen, das Ziel ist ja nicht, dass einfach immer mehr Menschen hierher kommen, wie es immer von rechts behauptet wird oder dass irgendjemand ein Interesse daran hätte, dass es den Menschen schlecht geht. Das wollen wir ja auch nicht, also ich denke, da bräuchte es in der EU eigentlich eine viel ganzheitlichere Herangehensweise an Asyl- und Migrationspolitik, die Entwicklungspolitik zum Beispiel auch mit einschließt und ja, aber gerne dadurch zerschossen wird, dass EU-Politik zum Beispiel bei EPAs, bei Waffenexporten und ähnlichen Aufbaumaßnahmen in der Entwicklungspolitik dann komplett zerschießt. So und da wäre meine Frage, inwiefern Sie eine Chance sehen, dass auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft vielleicht mal ein ganzheitlicherer Blick auf die Thematik gefahren wird oder ob die Chance eher relativ gering ist, weil wir ja auch innerdeutsch das Problem haben, dass zum Beispiel die Anstrengungen eines Ministers Müller in der Entwicklungspolitik, also Lieferkettengesetze und ähnliches, untergraben werden von Wirtschaftsseite, Altmaier und anderen. Also da hätte ich gerne mal Ihre Einschätzung dazu. Danke. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir haben Lefteris auch verloren. Also hier diese Frage nochmal von Nadine Milde, ging es um den ganzheitlichen Blick von verschiedenen Migrationsbewegungen. Und ich würde vielleicht sowohl an Hannah Byrons, aber auch an Franziska Brandner die Frage mit dem U-Türkei-Deal auch nochmal stellen, wie es da weitergeht, weil das war auch eine Frage von Agata Kalabunowska aus dem Chat. Und Hannah, möchtest du beginnen? Thank you, Dion. Fortunate. I mean, I'm very impressed with the fact that you have interpretation and I'm grateful to the interpreter who's been helping me so far to understand everybody's contributions. Unfortunately, when Nadine was speaking, her voice was louder than the interpreter, so I couldn't understand what she basically said. So I was wondering if you could briefly summarize what she said or ask the question to me, then I can respond to my apologies. So I may re-ask it in English. Do you still hear me? Yeah, I can hear you. Thank you. Sorry about that. Jetzt bin ich selbst verwirrt über die Übersetzungen. Also es ging um die Frage, es gibt, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Nadine Milde danach auch gefragt, es gibt unterschiedlichste Formen von Migration und nochmal darauf hinzuweisen sozusagen, dass es vor Flucht und Not auch ist und es, weil es oft vermischt wird mit Migration aus anderen Gründen, die auch legitim ist, aber natürlich auch zur Diffamierung benutzt wird. Nach dem Motto, alle wollen nur nach Deutschland oder nach Europa kommen, um ein besseres Leben zu haben, um da sozusagen eine differenziertere Debatte zu führen, auch zur Sensibilisierung und vor allen Dingen zur positiven Empathie der europäischen Bevölkerung. Das, so habe ich die Frage verstanden. Ich hoffe, das war auch soweit korrekt. Wir können nicht mehr zurückgehen. Und dann aber noch mal die Frage, sozusagen, ihrer Einschätzung zur Zukunft des EU-Turkei-Deals als zweites. In terms of whether that's a holistic approach, that's a tricky question. Well, yeah, there were different ambitions to the Turkey-Deal and maybe Francesca can also come in and share some additional light. But I think the primary objective at the time was to prevent people from coming to European shores. That was the primary objective and that was the primary aim. And the aim was to, of course, on the one hand, invest money in Turkey with the aim of making sure that they would, that whoever is there and was asking for asylum and was given refugee status, that they would have access to education, to schools, to the labor market, all things that were not happening at the time of to a very limited population. So there was some kind of investment happening. But I think if I understood Nadine's question better, well, then I think the description goes beyond the Turkey-Deal in that respect, really thinking through what kind of investments are there made in terms of making sure that people across the globe have decent livelihood opportunities. And we've been working from MPI side with European Investment Bank exactly about this, about what is it, this whole discourse about root narratives and how can we address this in a bit of a different kind of way? What kind of investment can be made to really make sure that people have decent access to education for their children, have jobs and can make a future within their countries without having to be forced to move either because of economic motivations, as you say, but also because of conflicts and the rising between communities where they have to be with very poor resources. Maybe I keep it their way and then Francesca can jump in. Vielen Dank, Hannah. Ja, gerne, Franziska. Ja, jetzt habe ich es hinbekommen, dass ich rechtzeitig meine Dolmetschung wieder umgestellt habe. Also ich glaube, die Ursachen für Flucht oder besser für das Verlassen seines Zuhauses sind ja sehr vielfältig. Und ich glaube, nur ein Teil davon kann Entwicklungszusammenarbeit adressieren. Wir müssen natürlich auch über Handel sprechen. Lieferkettengesetz wurde genannt. Aber da geht es natürlich um die gesamte Palette von Kinderarbeit, von Ausbeutung, nicht soziale Absicherung, Umweltausbeutung. Zweiter Punkt, Klimaschutz. Ja, mehr und mehr Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie dort einfach aus klimatechnischen Gründen nicht mehr überleben können. Das heißt, aktiver Klimaschutz ist eine Fluchtursachenbekämpfung. Dritter Punkt, der für mich sehr wichtig ist, die Frage von Frauenrechten. Ja, also wenn Frauen über ihren eigenen Körper entscheiden können und selber selbstbewusst ihr Leben wählen können, ist das eine große Dimension von Familienplanung, Bevölkerungspolitik, UNFBA, die gesamten Organisationen, die gerade nicht genug finanziell unterstützt werden, weil die Amerikaner rausgegangen sind. Und dort kann man sehr, sehr gut ansetzen. Aber ich finde, am Ende muss man auch sagen, es geht auch viel natürlich um die Länder selber. Die sind häufig keine besonders rechtsstaatlichen Länder, häufig autoritär. Auch Kriegsländer. Und da braucht man nochmal ganz andere Antworten drauf. Politische, auch manchmal über den Handel, aber vor allen Dingen auch politische. Da müssten wir als Europäer stärker werden. Also von daher ist Fluchtursachen ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der häufig vernachlässigt wird. Und ich finde auch, dass die Weltstiftung ja sehr spannende Arbeit gemacht hat zu dem Thema, wie kann eigentlich Rückführungspolitik sinnvoll ausgestaltet werden. Weil es eine ganz tricky Frage ist, wenn man natürlich Menschen, die hier dann kein Anrecht auf Asyl bekommen, wenn sie wieder zurückgehen, wie, wenn möglich, natürlich freiwillig, wie kann man das unterstützen und vor Ort sinnvoll umsetzen? Gibt es da Möglichkeiten? Wie sehen die aus? Was macht Sinn? Da gibt es ja, finde ich, eben sehr gute Arbeit auch von der Bildstiftung dazu und die guten Projekte, die vergrößern, wirklich zu sagen, wie muss es denn ausschauen vor Ort? Wie müssen solche Abkommen ausschauen? Was für legale Wege braucht es? Welche Perspektiven braucht es? Und ich glaube, in die Richtung könnten wir natürlich sehr viel noch tun, Frau Mille, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Und für die Frage EU-Türkei-Abkommen, wodurch würden wir das ersetzen? Wir würden es auch durch ein rechtliches Abkommen ersetzen. Wir würden auch weiterführen wollen, die Unterstützung für die Menschen in der Türkei, die selber eben aus anderen Ländern geflohen sind, seien es jetzt Iraner, Afghanen, Syrer, und ihr Leben in der Türkei auch finanziell mit unterstützen. Das machen wir ja auch für ganz viele andere Länder dieser Welt. Man muss natürlich sicherstellen, dass dieses Geld nicht Erdogans Kassen füllt, sondern wirklich bei den Flüchtlingen ankommt. Und ein zweiter Punkt, der für uns wichtig ist, dass wir auch der Türkei anbieten würden, über ein Resettlement-Programm im Rahmen der Vereinten Nationen auch Menschen aus der Türkei aufzunehmen, also Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen. Und drittens würden wir ändern, dass es nicht mehr diesen Eins-zu-eins-Mechanismus gibt, also nicht mehr dieses, wir nehmen einen und dafür nimmst du einen zurück. Ich glaube, das war die Falle, in die wir reingegangen sind. Und die müsste man ändern, weil sie eben auch innerhalb der EU dazu geführt haben, jetzt ist der griechische Kollege nicht mehr da, dass die Menschen auf den Inseln bleiben mussten, weil der Deal vorsah, dass wer immer von der Insel aufs Festland geht, nicht mehr zurück in die Türkei kann. Das hatte dann alles absurde Auswirkungen. Ja, vielen Dank, Franziska. Lefteris ist wieder dabei. Ah, okay, Entschuldigung. Und dann würde ich ihm, glaube ich, daraufhin jetzt auch, das passt so gut, das Wort nochmal zurückgeben, auch mit der ursprünglichen Frage zur Erinnerung, weil ich gar nicht mehr weiß, ob er die gehört hat, was aus seiner Sicht und aus griechischer Sicht sozusagen mit dem EU-Türkei passieren müsste, aufgreifend zu dem, was Franziska jetzt gerade schon gesagt hat. Lefteris, bitte nochmal. Thank you. Sorry, but we have a thunderstorm, amazingly enough, in Greece, and the laptop completely exploded, so I have to replace it. I cannot speak on behalf of the Greek government or my country in general, but I can say that this deal doesn't work. We have seen it. It is something that is trapping people in the islands, but also countries in a dialogue with Turkey, which is not fruitful. I think that it should be replaced with more solidarity and a more holistic policy. I mean, you know that we are discussing about, for example, the list of safe countries. Many people do not understand why people from Somalia come to Europe. People from the Congo, they don't understand. They don't know the conflicts. People do not know, for example, that in Yemen, at this point, there is an indirect war between Iran and the Saudis. You know, there is this lack of information also. So is Turkey a safe country for the Greek legal system? Yes. Amazingly enough. Although we have refugees from Turkey, we have more than 10,000 people coming from Turkey asking for asylum. So this creates also another layer of difficulty, because these Turkish citizens seek refuge in Greece. Greece wants to protect them, but their political opponents are overdone. So it mixes up also, if I may say, the soup and the situation, and it makes it even more complicated. So this deal cannot work. We said it since the beginning. Many of us, in Greece at least, we talked also with the creator of the deal. We had our disagreements. It doesn't work. It didn't work. And it's not because Greece didn't want to return people to Turkey because the previous government was from the left, etc. It doesn't work because it is a deal that basically traps people in the island, and that's it. So we need a different approach. We need another policy, a more open, more global, if you want. Because imagine we are dealing with this complicated situation for 2 million people, 2.5, 3 million that came in the last years in Europe. Imagine what will happen when the actual climate change erupts. How many millions of people will be concerned? How are we going to deal with this new reality? Greece, of course, will not be able to withstand the pressure. And then what will become of these people and what will become of Europe? So it's a very complicated global issue. It should be treated like a global issue and not something that is different between the Europeans and Turkey or Italy and Libya or Spain and Morocco, etc., etc. So it is a global issue. We should change the approach and make a more concise policy. Vielen Dank, Lefteris. Wir haben jetzt noch vier Minuten. Dafür haben wir leider bedauerlich keine Zeit mehr für weitere Fragen. Sondern ich würde jetzt gerne noch mal eine Abschlussrunde machen mit Ihnen allen dreien. Und Sie hätten jetzt die Gelegenheit, jeweils in anderthalb Minuten noch mal kurz zu sagen, was Ihr Auftrag an die deutsche Ratspräsidentschaft wäre in der Frage der Asyl- und Flüchtlingspolitik für die Europäische Union. Was erhoffen Sie sich und was erwarten Sie sich? Hannah Byron, an der erste, bitte. Thank you very much. That's a surprise question. Yes, no, I think for me the biggest one will be, I hope that they will be able to change the narrative. I think we've been really stuck in the nitty-gritty in the last times and different concepts and different ideas. And I think Germany has the potential and I think that's why with so many people have been looking forward to the German presidency to really change the kind of narrative, different approach to asylum. And they have been really a key partner in a lot of the coalition of the willing, as we've heard in the last couple of, in last hour. So I think they have a very good role model on which to base themselves on and to really bring the different member states together on this front. So I'm looking forward to the next six months. Thanks. Vielen Dank, Hannah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. voranbringen. Und wir brauchen eine dringende Lösung eben für die Entlastung der griechischen Inseln. Ich finde, das muss auf jeden Fall während der deutschen Ratspräsidentschaft passieren. Und dann war die Frage an mich, wie so eine Person, Herr Seehofer, das machen kann in einer Demokratie. Herr Seehofer ist ja nicht einfach eine Person draußen auf der Straße, sondern er ist Bundesliegenminister und damit ist er gewählt als Teil einer Regierung. Und deswegen steht er natürlich für eine Mehrheit in diesem Bundestag und eine Regierung, die natürlich auch sagen kann, wir schmeißen ihn jetzt aus. Wenn man ihn gar nicht mehr mag, deswegen ist es natürlich nicht in dem Sinne eine Person, sondern ein Bundesminister als Teil einer Regierung, als Teil einer Mehrheit im Bundestag. Aber ja, die rechtliche Regel ist die, dass die Bundesregierung zustimmen muss, wenn Bundesländer Sonderkontingente aufnehmen. Das kann man ändern, indem es zum Beispiel eine umgedrehte Mehrheit gibt, also dass man es nur noch verhindern kann und nicht jedes Mal zustimmen muss. Das ist unser Vorschlag als Grüner. Die Bundesebene komplett Mehrheit rauszunehmen, halten wir auch nicht für sinnvoll, weil es gibt ja Dinge, die kann auch eine Kommune nicht. Also mal checken, wer ist denn die Person, die da kommt? All solche Sachen, das kann, damit wäre auch eine Kommune überfordert. Wir wollen jetzt nicht ein auswärtiges Amt für jede Kommune gründen. Vielen Dank. Franziska Lefteris, was wäre Ihr Auftrag an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, Ihre Hauptpriorität für die nächsten sechs Monate? Und einmal das Mikro bitte anschauen. Because the previous speakers put on the table the large issues, and I completely agree with these issues, I would like to point out some smaller issues that maybe not many people know. For example, I would insist on the role of cities and local authorities. I'm a former vice mayor, and I know the difficulty of local authorities in this process, and how, for example, cities fought their own government because they wanted to do more and the government was reluctant. I have to remind you, Spain, France, Germany, Greece, Holland, many cities fought their own government in order to do more, and they were not allowed. So this is something interesting to see how local authorities could intervene. And another very, very specific, but very important, and I think that we will see many, many issues, it's the question of undocumented migrants. I think it's crucial to discuss this very complicated and difficult issue. Many people will be left without documents because of a system that creates undocumented migrants. And these people live in our countries, in our cities, and they're without services. And as you know, they cannot benefit from European money because the European regulation doesn't allow European money to be used for undocumented migrants. This needs to be changed. And also the question, again, of unaccompanied minors, the islands, et cetera, et cetera. I know that the big questions are there, but you have smaller issues that are very critical and very important. And I will end with the last one that came just to my mind. The housing crisis that we are going to face, many countries are facing it. It's going to increase the question of social housing, affordable housing, whatever you want to call it. These are questions that the German presidency should put on the table, bravely. They're very difficult. I can acknowledge that. But we need brave decisions now. Wunderbar. Vielen Dank an alle drei, dass Sie dabei waren, dass Sie sich hier auf diese Stunde beschränkt konnten. Wir sind fast eine Punktlandung. Das ist wunderbar. Ich danke auch an der Stelle den Übersetzerinnen. Das war teilweise wegen den Internetverbindungen gar nicht so ganz einfach. Aber wunderbar, dass es geklappt hat, dass Sie auch zurückkommen konnten. Das ist auch wunderbar. Ja, drei Aufträge habe ich jetzt rausgehört, bevor wir dann gleich in das nächste Panel starten. Europa muss das Narrativ ändern, einen anderen Zugang, auch um über Migration und Flucht zu reden und sozusagen dort über den Weg solidarischer werden zu können, weil die Bevölkerung das dann unterstützen. Es braucht mehr legale Wege des Zugangs Richtung Europa und der Regelung. Und letztens, der letzte Punkt, mehr macht den Kommunen, so würde ich das jetzt mal knapp zusammenfassen, um auch eigenständig handeln zu können, wenn sie das denn wollen. Das trifft auch auf andere EU-Länder ja zu. Und das ist tatsächlich auch was, und deswegen ist es auch ein schöner Abschluss, etwas, worauf sich die Heinrich-Böll-Stiftung in ihrer Arbeit in diesen Fragen konzentriert. Insofern danke an alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen. Und ich gebe zurück an Ellen Überscherer und verabschiede mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die gute Moderation. Ja, hallo. Ich übernehme hier mal, denn Marc sollte an die nächste Moderatorin übergeben. Dann mache ich das jetzt gerne. Ich übergebe an Luana Stolarek. Sie ist unsere Büroleiterin in Warschau, ist dort seit einigen Monaten und kennt sich sehr gut mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit aus. Deshalb wird sie das nächste Podium moderieren. Joanna, ich übergebe an dich. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, man hört und sieht mich. Es ist technisch nicht immer einwandfrei, aber ich sehe mich. Von daher gehe ich davon aus, dass sie mich auch sehen. Herzlich willkommen an alle, die jetzt zugeschaltet sind und an alle, die von Anfang an dabei sind. Ein großes Lob. Der Tag ist lange und eine Online-Konferenz ist nicht ganz ohne. Und es ist spannend, aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Und das Thema ist mega spannend, dass wir jetzt behandeln werden, die ganzen Themen. Aber es ist... Ich hoffe, deswegen vielen Dank an Sie, dass Sie noch dabei sind. Wir wollen mit Ihnen auch ins Gespräch kommen. Es soll keine One-Way-Veranstaltung sein, kein One-Way-Panel. Wir haben eine knappe Stunde für das Thema, für das breite Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich möchte Sie bitten, hier unten sind so Q&A, Frage und Antwort in der Leiste, dass Sie Ihre Fragen einfach dazuschreiben. Je schneller, desto besser. Mein Co-Moderator Christoph Mayer wird diese Fragen dann klastern und an mich weitergeben. und danach haben Sie auch die Möglichkeit, sich bei Handzeichen, das erkläre ich noch, zu melden und Ihre Frage mündlich zu stellen. Das Thema Rechtsstaatlichkeit und Demokratie begleitet uns ja schon seit einigen Jahren. Besonders zwei Staaten taten sich da bisher und tun sich bisher besonders hervor, Polen und Ungarn. Vor allem in Zeiten der Corona-Krise, der Corona-Pandemie, gibt es, findet eine weitere Ausfüllung des Rechtsstaates statt. In Ungarn regiert der Ministerpräsident Viktor Orban per Dekret und in Polen wird der Rechtsstaat konsequent demontiert. Der jüngste Streich ist die Neubesetzung des obersten Gerichtes, was bisher, dieses Gericht galt bisher als die letzte Bastion der freien Justiz und nun wird es, wurde es unter nicht so ganz, ja, unter nicht so ganz sauberen Umständen oder nicht so wirklich korrekt abgelaufenen Abstimmungen wurde es neu besetzt von einer Frau, die einen Weg gefährt, den des Justizministers und des Generalstaatsanwaltes, der es ja das in der Personalunion ist. In Deutschland gehen Menschen auf die Straße und sehen ihre Grundrechte begrenzt, eingeschränkt. Es ist insgesamt ein Prüfstein für die Europäische Union, was gerade mit der Rechtsstaatlichkeit passiert und wie sie den zunehmenden Angriffen einzelner Regierungen auf die Rechtsstaatlichkeit entgegentritt. Und gerade die aktuelle Instrumentalisierung zeigt uns, wie wenig der Europäischen Union bisher das gelungen ist. Das Maßnahmenpaket, der Wiederaufbaufonds von Ursula von der Leyen, was gestern vorgestellt wurde und hier öfters schon angesprochen wurde, wurde in Polen, ich rede jetzt von Polen aus, aus Warschau aus, übrigens gibt es hier wunderschönes sonniges Wetter, nicht so wie in Griechenland, wurde in Polen jubelnd aufgenommen. Der Ministerpräsident, Matthäus Morawiecki, hat gestern gesagt, unsere Politik zahlt sich aus, unsere Politik zahlt sich aus, wir werden in Europa gehört. Also gar kein Wort der Kritik, dass hier etwas falsch laufen könnte. Allerdings ist der Vorschlag gebunden an eine Konditionalisierung für die Einhaltung der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Die Frage ist, was ist konkret dann für Polen, was ist konkret für Ungarn bedeutet. Der polnische Außenminister, Czaputowicz, kommentierte das schon so, dass wir, ich zitiere, wir sind dagegen, wir sind gegen die Bestrafung von Staaten, vor allem, es gebe dafür keine objektiven Kriterien. Die Frage ist nun, was gemacht werden muss, um die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU zu schützen. Wie kann Deutschland dabei eine aktive Rolle spielen, vor allem in den Zeiten der EU-Ratspräsidentschaft? Und diese Fragen möchte ich mit meinen Gästen diskutieren. Das wäre zum einen Dr. Peter Greco aus Ungarn, aus Budapest. Er ist Direktor von Political Capital Institute, ist Sozialpsychologe und Politikwissenschaftler. Derzeit ist der Europäische Futures Visiting Fellow des Instituts für die Wissenschaften von Menschen und der Ersterstiftung sowie Non-Resident Associate Fellow am SAIS-Polojner Institute of Policy Research der Johns Hopkins University. Autor mehrerer Bücher, zwei sind besonders hervorzuheben. Das eine erschien auch auf Deutsch, die ungarische extreme Rechte. Das andere gibt es leider nur auf Ungarisch, vielleicht demnächst auch auf Deutsch, beschäftigt sich mit dem Thema Fake News und Verschwörungstheorien und es ist ein Bestseller. Herzlich willkommen, Herr Dr. Greco. Als Zweiter möchte ich begrüßen Terry Reintke. Terry Reintke ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament und Koordinatorin der Fraktion für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Sie ist Co-Präsidentin der LGBTI Intergroup sowie Gründerin der Friendship Group EU-UK und wurde zum Beispiel 2017 von Time Magazin zum Personen des Jahres, Person of the Year, gewählt als Teil der Bewegung Silence Breakers, die sich offen gegen sexuellen Missbrauch und sexuelle Belästigung ausspricht. Terry, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch Prof. Dr. Christoph Müller ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Müller studierte Jura, Philosophie und Komparatistik in Tübingen, Madrid und München, lehrte an mehreren Universitäten, unter anderem in Münster, in Göttingen und ist seit mehreren Jahren in Berlin an der Humboldt-Universität. Er war Fellow an der New York University School of Law und ein Wissenschaftskolleg zu Berlin, war auch Richter im Nebenamt am Oberfeldverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und vor allem ist er als Prozessvertreter von dem Bundesverfassungsgericht, hat der Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung vertreten und er ist Träger des Leibnizpreises der Deutschen Forschungsgesellschaft 2016. Herzlich Willkommen, Herr Müllers. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie haben leider nur fünf Minuten für Ihre Inputs jeweils. Das ist sehr wenig Zeit für so ein breites und interessantes Thema. Die Frage nun, was tun, wie soll die Europäische Union sich für die Rechtsstaatlichkeit, für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie einsetzen? Welche Prioritäten soll Deutschland in der EU-Ratspräsidentschaft haben? Ich würde zuerst Herrn Greco bitten, seine Sicht auf diese Fragen zu stellen. Wie gesagt, wäre es schön, wenn Sie die fünf Minuten beibehalten würden. Okay, thank you very much. and thank you for having me on this really prestigious event. I'm glad to participate will be better in person, but still, it's at least I can join from Budapest. And yeah, I will say a few things. I'm not sure I will say something extremely new to you, but rather reassuring what probably you already know and feel. So, first of all, my first statement would be that I think fighting against anti-democratic and undemocratic procedures is, I think, more of a question of political will than of a question of procedures and legal tools because what we could see so far, I think, in the case of mostly in Hungary, in the case of Poland, it's a bit different because Poland is, and I mean, the Polish governmental party belongs to a less mainstream political party family, the ECR, unlike Fidesz, the Hungarian governmental party that belongs to European People's Party. So, what we could see in the last few years is that, I mean, we can observe a very strong democratic backsliding in Hungary for 10 years, one decade, and Hungary is still a member of the European People's Party. They receive a lot of criticism, but still, they are members, so they are officially, institutionally, are at the mainstream of the mainstream of European politics, and okay, their membership is suspended, but it doesn't really mean too much in terms of what's happening in the group, which is, of course, way more important than the party itself, and I don't like the cheap blame game, and I don't think that there is one person, one country, one political force to blame, but unquestionably, CDU, CSU, and at the last period, it's more CDU because CSU became a big angry-to-orban because of hampering Manfred Weber's commission presidency plans, so CDU played a crucial role and CSU as well in the last few years to be, for keeping Fidesz in the mainstream. Also, I think, increasingly, the German government in the last one year or a bit more, and I think Ursula von der Leyen follows a quite similar line as well, takes, I think, a softer approach on Hungary in the sense, I think, the consideration behind it is, first of all, no other country should leave the European Union, and yeah, I think Orbán sent some wise metacommunication messages about the possible hooks, which will never happen. I bet for sure it will never happen, but it's a good blackmailing strategy. Second, invest into the integration of the European Union and the cohesion in a period where there are a lot of problems and tensions within the member states, and third, and I think this is where a big, there's a big mistake and misunderstanding, and this is the same mistake and misunderstanding that the American foreign policy does these days, that if you make gestures towards politicians such as Viktor Orbán, they will return it and they will be returned to normal. No, never. Authoritarians take gestures, put them in their pocket and just continue what they do, and they take it as a reassurance of their authoritarian policies and the reward. And what we can see these days is that it's not just the Hungarian government, still in a state of danger mode operating, not just cutting back the democratic rights and silencing opponents and giving more money to autocrats, but also it's doing an unprecedented campaign against the European Union, and also it's putting extra taxes on multinational companies, including German companies. So I don't really think that this soft diplomacy really works when it comes to political forces such as Fidesz in Hungary, and this is where I think there would be need for more political pressure, and it should come from the German government. If German opposition parties do that, Orbán is just happily claiming that okay, you know it's just the Greens, it's just the Liberals, it's just the Social Democrats, it's just the Soros Army, so it should come from elsewhere, and this is where I think political wheel is extremely important. What can the Greens do to put a pressure on mainstream political forces and mostly I think CDU, CSU to be harsher on this level, and also I think German companies are also very important in in this more pragmatic approach towards Hungary. What can be done institutionally, it will be again nothing very new that you don't know already, but I think the number one issue would be the rule of low conditionality for the European funds, the only language that authoritarians and Orbán among them understands is the question of, I mean the language of force, the language of power, and the language of money, and we like it or not, a very considerable amount of the European funds are going to pro-governmental oligarchs in Hungary. Lurins Mészáros, the best friend forever for Viktor Orbán, is the most wealthy man in Hungary, according to Forbes, and two-thirds of his revenues are coming from the European Union. So what does it mean that Orbán financially interested in staying in the European Union and keeping the flow of the money? But it even needs leverage, it even needs that the other member states could put a pressure, and I think the multi-annual financial framework discussions are providing an unprecedented opportunity to put pressure on Hungary, but this opportunity should be used. and one sentence about, and it will be my last sentence, about this peer-review mechanism. This peer-review mechanism is pretty much welcomed by the Hungarian government as a good alternative to the classical approach of the, let's say, rule of law conditionality, as they see it, because it would, let's say, put the blame on everyone. I mean, peer review on everyone, so everyone has democratic problems by the end of the day, which means nobody has problems by the end of the day. So I think naming the problematic countries and the problematic messages and problematic measures remains extremely important, and it's, of course, not only by the side of Germany, because what happened recently is when there was a dozen of member states criticizing Hungary, without naming Hungary, Hungary, with a perfect trolling diplomacy step, just jumped on the train, and he also supported, I mean, punishing governments that go against rule of law. So I think more political will, more obvious speech, and more clear messages, and conditional funding, these are probably the most important things. Super, vielen danke, Herr Greco, für den spannenden Einblick, und ich gebe weiter an Tel Reintber, und bin ja gespannt auf die europäisch-grüne Perspektive darauf, was die EU machen kann in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und was die deutsche, was von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten wäre. Thank you very much. I hope it's okay if I speak in English. I usually speak in English about this topic, so it's much easier for me to get my head around stuff if I could just use English to express it. First of all, thank you very much for organizing this, and especially this very high-level panel. I think it already goes in the first point that I wanted to make, that I think it is important, and this goes to everyone, not only the European institutions, and certainly not only the German presidency, but we all have to put a priority on this topic. Excuse me, Terry. Could you please assign your language to the English channel? Sorry. Is it better now? It's better. Great, thanks. Okay, sorry. Sorry. So, the first point would be to actually make clear what we are up against, because I completely agree that obviously the situation in Hungary and also in Poland and in some other member states is very specific, and we have to look at it, but we cannot believe that this is something that will only affect Hungary and Poland. We can see that there is an authoritarian wave kind of rolling over Europe and potentially the whole world, and this is an attack on a rules-based liberal democratic system, and I think we have to make clear that this is endangering our democracies, and this is endangering the society, the societal model that we are living in, and I don't think it's overdramatic and an overstatement to really express the danger that comes from developments like this, and just waiting and letting it pass, it's not going to be an option in this. And there I also wanted to say that we have to be very clear in how we are expressing this, and I think Peter already gave this example of the case when you just talk about rule of law in very, very general terms and not then name the specific problems that are there, it can very easily be hijacked also by these authoritarian forces. The second point I wanted to make is, and that maybe sounds a little bit boring coming from especially a politician, but we need to use the legal tools that we have at hand already now. And obviously the Article 7 procedures will not lead to the outcome that we would like to see it, but still they are ongoing and I hope that the German presidency is going to push to continue with a full involvement also of the European Parliament because this is a possibility to give a platform to this kind of exchange and to bring it on the agenda of the European Union and so I would always urge to continue that. And then secondly, obviously also continue with infringement procedures if there are cases where a very specifically European law is being broken. And there I wanted to say especially in the case of Poland, we have been focusing a lot on the independence of the judiciary but I also wanted to highlight that the undermining of fundamental rights of EU citizens very often is also happening and it can give reasons to start infringement procedures. The very notable example of the LGBTI free zone, so called LGBTI free zones in parts of Poland where you can see that this is not only going against democratic institutions, this is also going against minorities, not only the LGBTI minorities, also Roma, obviously people, poor people, and I think that this is also a very important issue that we always specifically have to remind the commission of that they have a task there to protect EU citizens and to protect the EU treaties. And then lastly, and that's obviously also what Peter I think was really focusing on, is to make the right political choices. and they are very much focusing on the next half year, the German presidency, with the finalization of the multi-annual financial framework. We need a rule of law conditionality and we have already made clear as the Green Group in the European Parliament that we are not going to vote in favor of an MFF unless there is a strong rule of law conditionality in it. I think now we are talking a lot about different conditionalities that are really important taking into consideration the social ecological transformation that we are facing, keeping in line with the Paris climate goals. But looking at that, we cannot forget how important it is to also have a conditionality on rule of law, fundamental rights and democratic standards. And then lastly, obviously this issue of Fidesz, I think as far as we are now, we still have, even though the membership of Fidesz has been suspended in the EPP, the Fidesz MEPs are still sitting within the biggest group in the European Parliament. This means real power, this means access to a lot of information, to a lot of resources, and this obviously always gives Orban the possibility to basically undermine any kind of step that the European Union, especially also the European Parliament, would like to take to defend rule of law and fundamental rights. So I would completely agree. We really need to see a step, especially by the German Conservatives to kick Fidesz out of this European center-right because it gives them real power, but it also gives them this thick leaf of still being in the democratic arena, and I think that this urgently needs to end. Thanks. Thank you very much for having me. I think I can very much join in what my two predecessors said. First of all, I think it's simple in a way. We're all one from a particular point of view to endorse the rule of law and democracy in all the member states, and therefore we have a keen interest in this kind of support. I want to make three points that are perhaps a little bit more, not skeptical, but perhaps show a little bit some problems we have. Let me just first, as a very short first point, say that the very notion or the very concept of the German presidency of the EU is part of a big institutional problem because in a way it's part of the fragmentation of EU government, that we have a president, a president of the commission, a member state presidency, and not having a real proper government, but having many presidencies with fragmentation of political responsibilities may be one reason why we never really get into grips with and deviant member states like Poland or Hungary. Because at the end of the day, a federation only works when there is one point where the political responsibility for tuning in deviant, non-democratic, non- earth rule or member states is somewhat taken. And to have the commission or the other organs is just a way to fragment that in a way to make it easier for states like member states like Poland or Hungary to somehow get through. There are too many actors. And the German presidency and the whole idea of a council presidency, is just an obfuscation of that structure. And I think we have to be reminded of that. So one good goal of the German presidency would actually to abolish the presidency in favor of a constant president of the council that takes more responsibility at one point. So we have this institution and we have this fragmentation that somehow is a relic of the intergovernmental era of the 1990s. We should really think about that. My second point would be with regard to rule of law and democracy. I think it's very important to see that the core here is rather democracy than rule of law. We have many, you know, breaches of rights. We have corruption. We have, you know, migrants being abused in many member states. But what is somehow different with regard to Poland and Hungary is that these governments are somewhat entrenching themselves within their own political process, which means they're somehow trying to immunize themselves against opposition. and therefore their whole reigning in judicial independence, all the things they are doing, finally, at the end of the day, serve one proper, not proper, but one final aim. And this is not to be elected out of office. And this kind of entrenchment means they are not democratic. To stress rule of law is a little bit, you know, and corresponds a little bit to this kind of rather technocratic approach EU organs like. But the core of this is a political core. It's that we have government that try not to get out of office by open elections. That is why we always have to see judicial independence within the context of media liberties, rights of the opposition, rights of demonstration, all these other things that are going on in at least these two member states. And I can very much agree with what Peter said in his statement to stress that this problem cannot be solved by another instrument. There is, you know, there is so much more administrative approach to that saying we need some government structure, we need new instruments, the commission has invented instruments, but the core is political will. The core of the core is indeed the EPP and the core of the core is perhaps even the German part of the EPP, of the biggest member state. There is no single political actor who has more responsibility from a European perspective for what is going on especially in Hungary than the German conservatives. and I think they are normalizing that and we cannot, we can only repeat that all and all and all again. Saying that, I think it's very important to see that when we look at the actors that have so far reacted or not reacted to the developments in Hungary and Poland, there is a mixed, there is a mixed picture. So the European Parliament has been a forum to debate these things and as this, it has functioned in a way, in a proper way. It gave some publicity, it gave, produced investigations as well as in a way the locals where the debate on European democracy in the member states took place. That is good. The European Commission was much more mixed obviously and we can see the Commission now reacting to the latest decrease within Hungary is still in a way hesitant that is almost shameful, I must say so far. So we can see the Commission was only very, very reluctant to do something. but I think the the order that has in a way acted the worst is the council, the council organs because we are now purely from a legal point of view in a state where all the member states are responsible for the domestic constitution at least for the core of the domestic constitution or the other member states. That is what article 2 is actually all about, that we are a community of democratic liberal constitutions and that the member states, all member states, somehow take responsibility for the constitution of the other member states. This has not taken place at all. We don't see governments talking about other domestic affairs and other governments. There's still this quid pro quo that everyone somehow keeps silence. And this is obviously a totally organic failure of the council. So in a way, the only wish I would have with regard to the German prophecy would be to reintroduce democratic constitutionalism into the council and the respective council organs and making this a topic and not just waiting, you know, we see that with regard to the article 7 procedure and not doing anything, but doing that in a public way. That is very much wishful thinking, I must add. But I think this would be a legally proper function of the council to be one forum in which domestic constitutionalism of the member states at least in extreme cases is debated. The second element is then conditionality. And I agree with what you've said that in a way money is the core and obviously for Hungary even more than for Poland. Poland works more on a symbolic mean, it seems to me, but Hungary is very much a plutocracy at the moment. But I'm a little bit skeptical if that will work out because I think you can put a lot of conditionality into the money flow, but at the end of the day you need someone who makes that distinction and who makes that call to say you are not according to rule, you are not following rule of law standards. And this someone cannot be the commission, it seems to me. It must be a political organ. You know, it's a very, very determined and very, very important statement to say you are now deviating from the core path of European democracies. And this cannot be done in an administrative manner. So you cannot just, you know, say to some commission, commissioner or to some director general, you know, oh, I notice you're not a democracy or rule of law anymore. We don't get you the money. It has to be one central decision. And this will then end up like the Article 7 procedure and a political procedure. And I think as long as we don't get along with Article 7, conditionality will not work because it would, at the end of the day, work the same way we need central decisions. Let me make my last point with regard to what is going on at the moment to Corona. We are absolutely very shortly. We are at the moment, I think, observing something at a constitutional moment. We see France and Germany put their heads together and got something. The commission even did more. We have now the 750 billion program on the table, which might be, you know, something historical with regard to the integration. And I think it's at least a very interesting development. Now, if that works out, if we really get a consensus about that, I think the rule of law is, of course, will be its first victim. I'm very pessimistic because I think what we would get is now we have consensus building and consensus building is very important in the moment. And this is definitive for the existence of European Union. and the role of the Visegrad states, Poland, Hungary, and the others, will very much be one of, you know, constructive supporting that. But the price to be paid will be the rule of law. That is a very pessimistic note at the end. And I don't say that because I like it, but as someone who is basically doing research, I have to describe what I see. And I think this is something that is not unheard of when we look at the integration of federations at the U.S. after the civil war. At the end, you know, you reintegrate the system when it is in a point of crisis and fragmentation, but you have always to pay a price. And I think one price, unfortunately, will be that the consensus of the Eastern member states is so necessary that we don't really see much progress on the rule of law front in the coming years. Sorry for that. Thank you. Okay, vielen herzlichen Dank, Professor Möllers. Sehr spannende Beiträge und wir haben auch schon Fragen diesbezüglich und ich will Sie da draußen in der virtuellen Welt weiter animieren, an uns Fragen zu stellen über QA. Sie können auch sich mit Handzeichen melden, wenn Sie auf Teilnehmer gehen und Handheben, dann nehme ich Sie dran, damit Sie Ihre Frage auch mündlich stellen können. Erste Frage schließt sich direkt daran an, was Professor Möllers gesagt hat, brauchen wir von Nico Zieleckens, brauchen wir für eine gesamteuropäische Kontrolle der Rechtsstaatlichkeit eine neue europäische Institution oder wer soll mit dieser Aufgabe in Zukunft beauftragt werden, weil Sie auch erwähnt haben, es müsste ein politisches Verfahren geben, es müsste eine Zelle geben, die eben diese Konditionalität ins Leben kann. umsetzt. Hätten Sie da eine Idee, wie das aussehen könnte? Well, I don't think we need a new procedure. I think that it's very European to reinvent new procedures for new problems, but we have everything on the table, you know, and we have a parliament, we have article 7 procedure, and obviously there must be political consensus to push it through, but you have to do that anyhow. Just to make a constitutional law, you know, there is no procedure in Germany or the United States for that. And federations don't have specific procedures for deviant member states to cease to be a republic, they build on their own political momentum, and that means there must be a lot of consensus with regard to that. And this idea very much, I think, the thinking of the government, governance-driven thinking of the commission is, you find a new problem, you find a new instrument. That doesn't work with raw politics, and this is very much raw politics we're dealing with here. So I don't think so. Danke. Danke. Terri, wolltest du gerade was sagen, oder ich hatte das Gefühl, dass du direkt antworten wolltest? Yes, indeed. Thank you very much. No, I agree that if we had a situation like this where we could go ahead with, you know, the parliament taking this decision, that from a constitutional point of view might make a lot of sense, but in order to get it, you need to introduce it. And in order to get there, I mean, even though that's not how the European parliament wanted it, but now as it stands, it is part of the negotiations on the MFF, and that will in the end need unanimity. And so the question is a little bit what strategically to do in order to say, look, this is not going to be the first sacrifice we are going to give in order to find a consensus, but what is maybe something in between? And what the European parliament has suggested in this is not to make this in the first step at least up to democratic institution, well, democratic institution, but the parliament political institution, but to have an independent panel of experts, like for example, the Venice Commission of the Council of Europe that says, okay, this specific member state is not meeting the standards anymore that we have with regards to democracy and rule of law and fundamental rights. And this for me would maybe be a step to say this is a bridge that we can build in order to introduce something like this, because this whole debate around is there in any way an objective way of looking at rule of law and democracy and who is defining that is super politicized already in this debate. So if you had an independent panel, an independent institution body and that is not that politicized, maybe it could help in order to bridge and then to come to a conclusion. And if I may add one point, I mean, you can argue that yes, rule of law will be the first thing that will be dropped. On the other hand, you can also argue the member states that are now the most critical about the proposal that we have seen, many of them actually very much push for having something on rule of law and conditionality. So you also have to convince countries like Sweden, like Finland, like the Netherlands in order to get this through. And I think there we are still going to see how the power play is going to go and maybe I tend to be a little bit more optimistic to say that we shouldn't give it up just yet. We should fight for it and the European Parliament certainly will. Danke, Theodor. Hier gibt es noch einige Fragen und dann später hat sich gibt es auch eine Wortmeldung. Zuerstelle ich aber die Frage an, die wird ja glaube ich gut zu Dr. Peter Kreko passen. Könnte eine starke Gegenhaltung gegenüber den konservativen EU-skeptischen Regierungen Polens und Ungars einen gegensätzlichen Effekt haben und sie letztendlich sogar stärken, wäre es eine Alternative, sie zu einem echten Green Deal zu überzeugen und den Bürgerinnen und Bürgern auf längere Sicht zu vertrauen, dass sie die Ergebnisse der europäischen Politik sehen und pro-europäische Parteien wieder an die Macht bringen? Danke für die Frage. Ich bin nicht 100% sicher, dass ich es richtig habe. Aber so wenn es was über eine Green deal, wenn ich das verstehe gut? More or less, okay. So, I mean, okay, so what, I mean, as I see, it's not, I mean, it's not even all across Central Eastern Europe, but what I see is that governments in this region, and especially the Hungarian government, like to regard this, I mean, green issues as only, let's say, one more source of revenue that they would like to negotiate on and put it on the table as part of the whole negotiating procedure. I mean, what we can see in Hungary, for example, is that green companies are popping up overnight in the hopes, of course, that they can be beneficiaries of new green investments and businesses. So, the good news here is that these countries in which, I mean, pro-environmental thinking is lagging behind compared to Western Europe and especially to Germany, the politicians can change their mind overnight if they are financially motivated to be more green, but they have to be financially motivated to be more green. So, we still don't have such a strong pressure from the public opinion that you have to, let's say, invest more in renewables against Russian gas, for example, or against nuclear energy. If the message of the government is that, okay, I mean, nuclear energy is cheaper and gas is cheaper than renewables, then it's important for the public. So, I think this can be a good, I would say, opportunity to make these countries more green in their operations and that they are forced to be more green, but as I see it, I mean, governments are rather half-hearted in that and Orbán made it clear that, okay, we are happy to support a new green deal if we have more money. Then, if not, then no, it's out of question and then we won't just make a step and then Hungary and Polish government were then vetoed a decision on this issue because they wanted to make it clear that it's a question of money as well. And just one sentence to the previous question and following up on what Terry and Christoph were just saying. So, what should be taken into account when it comes to rule of law debates is that in a whole century Eastern Europe and among the new member states, there are big fears over rule of law debates because there is a general sentiment that this is a, let's say, a hammer in the hands of the old member states to bash the new member states and to punish them and to take away more money from them and just a pretext. So, this is something that any politician who invests in the rule of law issue has to take into consideration that in domestic discourses, this narrative that it's, that, why is it that no Western countries are under rule of law procedures, is just Eastern countries. So, these rhetorical questions are raised pretty frequently and to be frank, sometimes I think for good reasons. So, if we take a look at what happened in Italy, for example, during the interior ministry of Matteo Salvini, I think some questions could be raised. So, these, these kind of fears should be tackled if there is a need for a broader consensus of rule of law among new member states as well. Thank you. Super, thank you very much, Helen Überscher. Unser Vorstandin hat sich gemeldet, aber ich weiß gar nicht, willst du dran, Helen? Ja, ich wollte eine Frage stellen an Christoph Möllers. Moment, ich muss aber meine Sprache mal umstellen. Christoph, das Thema Konditionalität betrifft ja nicht nur die Frage der, sozusagen der Reaktion auf Abbau des Rechtssystems, sondern auch des Listbrauchs der EU-Mittel. Und in dieser Hinsicht müsste doch es durchaus möglich sein, Stichwort europäische Staatsanwaltschaft, durch Institutionalisierung, die man bisher nicht hat, die man aber ganz offensichtlich braucht, auch Konditionalitäten einzuführen. Ja, also ich glaube, ich rede mal auf Deutsch jetzt einmal. Ich glaube, man muss schon nochmal unterscheiden zwischen der Frage der Einhaltung von Regeln und ihrer Kontrolle und der Frage, handelt es sich hier um einen massiven konstitutionellen Bruch mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das eine ist ein operatives Problem. Und da würde ich schon sagen, es ist erstmal auch noch ein bisschen erstaunlich, wie weit die Ungarn eigentlich gekommen sind, wenn man bedenkt, dass ja die Kommission eigentlich schon eine Menge an Mitteln immer eingesetzt hat, um die Subventionsbetrug zu verhindern. Das war ja eigentlich eine der Hauptsachen, war ja immer Subventionsbetrug seit den Anfängen. Trotzdem geht das in Ungarn nicht. Das ist für mich ein bisschen ein ungelöstes Rätsel, weil ich die EU dann doch nicht so aus der Nähe kenne. Da kann man Konditionalität sicherlich einführen. Ich glaube, auch bei Fragen wie ökologischer Nachhaltigkeit kann man Konditionalität auf einer basalen Ebene auch einführen. Ob man sie einführen kann bei der Frage, seid ihr noch in der Demokratie oder nicht mehr, das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ich glaube, für diese Entscheidung braucht man ein höheres Maß an Legitimation, das eigentlich nur der EuGH oder der Rat hat. Und deswegen bin ich auch etwas skeptisch, was so diese Vorschläge mit Independent Bodies angeht. Entweder ist es eine rechtliche oder es eine politische Frage. Es ist keine Frage, die man technokratisch fest bestimmen kann. Und deswegen denke ich ja, also ich glaube schon, dass es ein gutes Mittel ist, die Korruptionsbekämpfung zu verstärken, weil man damit im Grunde indirekt auch an Probleme kommt, die es in Ungarn gibt. Aber das muss man dann auch als solche ausflangen. Das ist dann auch etwas ganz anderes als dieses Artikel-7-Problem. Die Frage, werden hier die Werte des Artikels 2 als EU-Vertrag noch eingehalten oder nicht? Super, vielen Dank. Dann gehe ich weiter hier mit den Fragen unserer Teilnehmenden. Eine Frage von Gabriele Abels. Die Einschränkungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehen mit einer dramatischen Einschränkung von Frauen, LGBTQI-Rechten einher. Wird das für die deutsche Ratspräsidentschaft eine Rolle spielen? Muss das bei der Diskussion über Konditionalität, gerade aus grüner Perspektive, nicht eine wichtige Rolle spielen? Die Frage an Sie alle, beziehungsweise ich denke, ich weiß nicht, ob Terry antworten möchte. Ich frage mich hier vor. Terry möchte gerne antworten. Und ehrlich gesagt, ich muss einmal kurz eine technische, ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Ich komme nicht mehr in die Übersicht, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich in der richtigen Sprache bin. Das müssen sich die ÜbersetzerInnen einmal, die DolmetscherInnen einmal beschweren. Falls ich nicht in der richtigen Sprache bin, dann switche ich. Genau, also ich glaube, das war ja auch mein Punkt am Anfang, dass es absolut zentral ist, dass wir das nicht nur aus einer institutionellen Perspektive, also die Frage zum Beispiel der Unabhängigkeit der Justiz betrachten, sondern eben auch sehr explizit auf so Fragen wie Grundrechte eingehen, weil, also in Polen ist das ja schon relativ lange offensichtlich, das ist so ein, ja, sehr zentrales Mobilisierungsfeld auch, gerade von rechtsnationalistischen, rechtskonservativen und rechtsextremen Kräften. Das ist auch immer stärker, also gerade die Themen LGBTI und Feminismus, was, wo diese beiden vielleicht in der Vergangenheit noch etwas weiter auseinandergehenden Strömungen, also rechtsnationalistische und rechtsextreme Kräfte, wo die immer stärker zusammenwachsen, wo die auch wirklich probieren, strategisch gemeinsame Bündnisse zu schließen. Das passiert in Polen, das war mit der ganzen Debatte um das Abtreibungsverbot in Polen so, jetzt gibt es ja auch Attacken auf Sexualaufklärung. In Ungarn wird es auch immer mehr Thema, es wurde ja gerade ein Gesetz durchgebracht, was die Geschlechtsanpassung für Trans- und Interpersonen unmöglich machen soll. Und auch da muss man sagen, gäbe es Möglichkeiten, für die Kommission zu intervenieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, in der letzten Legislaturperiode, gerade mit Franz Zimmermanns, hatten wir da einen sehr viel lauteren Streiter. Wenn wir uns jetzt anschauen, Vera Jorova sagt auch immer, auch die, die rein das, dass sie da was machen wollen. Wenn man den internen Gerüchten und den Flurfungen im Parlament folgt, ist es sehr häufig Ursula von der Leyen, die da bremst, die davon abhält, dass noch mehr Vertragsverletzungsverfahren auch im Bereich von Grundrechten zum Beispiel angegangen wird. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, weil eben genau da, also dieser ganze Diskurs, das hat Peter eben angesprochen, von wegen, das sind sozusagen die WesteuropäerInnen, die uns jetzt bestrafen wollen im Osten, der ist ja damit gebrochen, weil da geht es ja um die Rechte von Polinnen und Polen, da geht es um die Rechte von Ungarinnen und Ungarn, die eben als EU-BürgerInnen von einer europäischen Institution verteidigt werden. Deshalb finde ich, dass das noch sehr viel stärker auch in den Mittelpunkt dieser Debatte rücken sollte, Rechte von Minderheiten, Frauenrechte und so weiter und so fort, weil das direkt an den Rechtsstaatlichkeitsdiskurs, an den Demokratiediskurs gebunden ist und auch da müsste die Kommission sehr viel mehr machen. Danke. Ja, Herr Möllers, Mikro an. Sie haben, glaube ich. Oh, ist das sehr entdeckt. Eine Sache, die wir da auch noch sehen müssen, würde ich als Jurist sagen, ist, dass der EuGH da auch noch ein bisschen müde ist. Also der EuGH ist doch immer noch sehr der alte EuGH der Wirtschaftsfreiheiten und der Vereinheitlichung des Unionsrechts und der Diskriminierungsfreiheit im wirtschaftlichen Kontext. Er ist nie zu dem Grundrechtsgericht geworden, was er eigentlich mit der Grundrechtecharta mehr und mehr hätte werden sollen und er ist wirklich sehr, sehr zäh, was das angeht. Und diese Rolle hat er eigentlich nicht angenommen. Und deswegen ist da auch im Moment ein Problem, weil man das natürlich auch schwer, man kann das Gericht schwer unter Druck setzen, das ist ein unabhängiges Gericht, aber man kann zumindest mal beobachten, dass das doch eine Enttäuschung ist, alles in allem. Und auch die Tatsache, dass der EuGH die EU aus der Europäischen Menschenrechtskonvention rausgehalten hat, war schon ein schlechter Vorschein, aber ein korrekter Vorschein, auf das, was dann alles nicht passiert ist. Dann darf ich Sie vielleicht gleich bitten um ein Abschlussstatement, weil leider ist unsere Zeit, das Gespräch nimmt an Fahrt auf und es wird spannend und wir müssen aufhören. Das ist ja meistens so, während wir in einer echten Konferenz würde ich überziehen, aber jetzt darf ich nicht. Ich würde gerne eine Abschlussfrage an Sie stellen, und zwar, dass Sie uns konkret sagen, welchen Auftrag Sie an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hätten, wenn Sie wirklich einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen, was in dieser Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft passieren soll, konkret in Bezug auf Demokratie, in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also ich muss sagen, mein Herz ist ja so ein bisschen gespalten, weil ich natürlich sehe, grundsätzlich, die Deutschen sind immer besser im Verwalten als im Regieren und man sieht das auch sehr schön daran, dass wir die Corona-Krise relativ gut managen, aber auf europäischer Ebene eigentlich immer eine ziemlich müde Figur abgeben. Jetzt haben wir zum ersten Mal mit der deutsch-französischen Initiative eigentlich seit langem wieder irgendwas auf den Weg gebracht, was relevant ist. Und ich glaube, das ist dann auch alles. Das ist also mehr Kring, die Deutschen. Das kriegt unsere Brüste so müde und irgendwie auch ausgelaugt, wie sie ist, gar nicht mehr hin. Deswegen würde ich mir eigentlich nur wünschen, als Minimum, dass die Präsidentschaft anerkennt, dass das Thema der demokratisch-rechtstaatlichen Verfasstheit in den Mitgliedstaaten in den Rat gehört, dass es auch ein Problem des Rates ist und dass es im Rat zumindest mal angesprochen ist. Aber ich fürchte, dass es schon sehr vielverlagt hat. Vielen herzlichen Dank. Terri, magst du weitermachen? Entschuldigung, ich habe mich jetzt besprochen. Ich kann dem nur zustimmen, das ist eine Erfahrung, die ich in sechs Jahren im Europaparlament auch definitiv gemacht habe, so mit dem Vorangehen und mal irgendwas pushen. Haben es die Deutschen offensichtlich nicht so, zumindest die, die an der Regierung sind. Aber ich glaube, das kann ehrlich gesagt auch, so absurd es klingt, normalerweise würde ich das nicht sagen, aber das kann vielleicht sogar in diesem Punkt ein Plus sein, weil vielleicht eine deutsche Ratspräsidentschaft weniger unter dem Verdacht steht, da irgendwas durchpreschen zu wollen und dann mit so einer Verwaltungsmentalität am Ende vielleicht dann doch gar nicht so schlechte Ergebnisse rausholt. Ich will zumindest jetzt noch nicht die Hoffnung aufgeben und für mich wäre schon diese Konditionalität im europäischen Haushalt, dass man da eine klarere Durchgriffsmöglichkeit hat, das wäre für mich schon zentral. Und ich will da noch eine Sache zu sagen, weil das häufig durcheinander gibt oder weil das häufig, glaube ich, auch falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, dass Mittel dann nicht mehr in Länder wie Polen oder Ungarn fließen könnten, sondern dass die Zentralregierungen diese Mittel nicht mehr verteilen können. Also, dass zum Beispiel Leute wie Orbán das nicht mehr an seine Günstlinge weitergeben kann, das Geld und damit seine Macht zementieren kann. Und das wäre, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Schritt in der ganzen Frage, wie wir weitermachen als Europäische Union, auch in der Stärkung von Regionen, auch in der Stärkung gerade von Lokalregierungen, in der Stärkung von Organisationen, Zivilgesellschaftenländern, in denen Demokratie so stark unter Druck steht. Deshalb wäre das mein großer, großer Wunsch. Wenn das klappen würde und wir Ende Dezember dastehen und das unter Dach und Fach gebracht haben, dann wäre, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt getan. Super, vielen Dank. Herr Greco, Ihr Auftrag an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, wir haben gesagt, Sie wünschten sich mehr politischen Druck aus Deutschland. Hieße es das auch mehr politischen Druck in der EU-Ratspräsidentschaft? Ja, definitiv. Ich denke, mehr politische Stanz, auch in as a member state, aber auch in European institutions. Ja, mehr, ich meine, keeping rule of law issues und some kind of conditioning on the agenda, aber ich würde pick up where Terry dropped her line as well, because I think this is extremely crucial that in order to, let's say, circumvent authoritarian governments in the European Union, you need a more decentralized funding scheme and mechanism as well. And I really, I know about all the difficulties of its procedures. So it's, let's say, it's just a dream, but I think if much more funding would go directly to regions, directly to capitals and other cities and not just to the government, I think the EU would be a better place in many sense. And what we are observing right now, especially in Hungary, is that the government is taking away all the remnants of revenues of local municipalities in a tendency to over-centralize. So I think some kind of conditions or some kind of, at least how to say, recommendations on municipal financing, I think it would be something important as well. So not all the money should go through the government because it just finally leads to a situation where the EU funds finally became a powerful weapon in the hand of autocrats and they use it against their own citizens and they use it against the EU institutions as well. Super, vielen herzlichen Dank. Und Träume gehen ja manchmal in Erfüllung, vielleicht deswegen sollte man sie ja haben. Vielen herzlichen Dank an meine Mitdiskutanten, laufen Sie noch nicht weg, an Terry Reintke, an Professor Christoph Möllers, an Dr. Peter Greco in Budapest, an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, laufen Sie noch nicht weg, ich übergebe weiter an Christine Pütz und bedanke mich nur noch bei Moderatorin Christoph Mayer und bei den Dolmetscherinnen. Und jetzt übergebe ich weiter an Christine, die noch was zu sagen hätte. Ja, vielen Dank Johanna, vielen Dank an alle Panelisten für diese großartigen Debatten. Wir haben jetzt einige Aufträge für die EU-Ratspräsidentschaft erarbeitet, wir wollen jetzt noch ein letztes Stimmungsbild einnehmen und deshalb bitte ich die Regie für die nächste Umfrage. Genau, wir hätten gerne eine abschließende Einschätzung von euch und von Ihnen, ob die EU durch die Covid-19-Pandemie eher näher zusammenrücken oder weiter auseinander drücken wird. Im Moment sieht es danach aus, dass mehr TeilnehmerInnen denken, dass die EU am Ende im Endeffekt doch näher zusammenrücken wird. Genau, das Ergebnis ist deutlich, das finde ich wunderbar, dass hier eine optimistischere Sichtweise herrscht. Sehr schön. Und als letzte Frage haben wir noch eine Feedback-Frage. können wir die letzte Umfrage einblenden? Kann die Regie die letzte Umfrage einblenden? Das scheint leider jetzt nicht zu funktionieren. Das ist schade. Wir wollten Sie nämlich danach fragen, ob aus Ihrer Sicht dieses Online-Format dazu geeignet ist, einen europäischen Austausch herzustellen. Das ist nämlich das Ziel unserer jährlichen Jahrestagung. Und wie wir sehen konnten, waren ja auch mehr Menschen aus Europa zugeschaltet, aber leider geht das nicht. Schade, deshalb gebe ich dann weiter an Susanne Rieger. Sie ist Co-Präsidentin der Grünen Europäischen Stiftung und sie wird das Abschlusswort übernehmen. Ja, vielen Dank Christine für die Übergabe. Ich habe wie viele Teilnehmer hier gesessen heute Nachmittag und haben einer spannenden Diskussion gelauscht. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und vielen Dank an die Diskutanten dabei, aber auch die ganzen Teilnehmer, weil es war schon beeindruckend, über den Tag so viele Teilnehmer hier zu sehen. Ich freue mich sehr, dass diese Kooperation, die wir angefangen haben mit der Heinrich-Böll-Stiftung als Green European Foundation, dass die weitergeht, dass die auch in diesen schwierigen Zeiten weitergeht und dass es zeigt, dass wir dabei sind, hoffentlich, auch wenn das letzte Slide nicht online war, Christine, ich glaube, dass so ein Format, das ist das Gute an Corona, wenn es dann irgendwas Gutes daran geben mag, dass sich vielleicht unsere gesammelte Diskussion vereuropäisiert, weil wir uns digitaler aufstellen können und leichter zuschalten können. Das ist was, was ich denke, das können wir weiter ausbauen. Da hoffe ich, dass wir als Green European Foundation auch noch weiter zu beitragen können. Ich denke, wir haben am Anfang gesehen, also gerade aus Ost- und Südeuropa wäre es schön, noch mehr Teilnehmerinnen dazu zu bekommen und die Diskussion hier zu erweitern. Aber ich glaube, es hat auch gezeigt, dass wir einfach diese Form von Diskussion weiterführen sollten und die Kooperation weiterführen sollten. Vielen Dank erstmal dafür. Ich will auch nur ganz kurz, weil ich sehe, die Leute sind nach so einer langen Zeit natürlich auch vor dem Bildschirm, das ist immer anstrengender als eine richtige Tagung, natürlich auch müde des Ganzen, ganz kurz nur drei, vier Sachen aufgreifen, die mich doch sehr berührt haben. Das eine ist, wirklich zu gucken und ich glaube, da hat Deutschland viel zu tun in der EU-Ratspräsidentschaft, den Green New Deal wirklich auch grün zu machen und da auch festzuhalten und zu nach dem Ganzen, dass dieses ganze Geld, was jetzt zur Verfügung gestellt wird, auch sinnvoll genutzt wird. Aber mich haben vor allen Dingen diese Sätze von Sven auch mit bewegt, dieses Revival of Europe, eine Wende in der Europapolitik, es wäre wunderbar, wenn das passiert, weil ich glaube, das ist das, was Europa braucht und was der Süden Europas braucht und auch der Osten Europas, weil nur gemeinsam europäische Solidarität zu leben und hinzubekommen, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht und dann haben wir vielleicht tatsächlich aus dieser Krise was gelernt und ich glaube, das sind wir den ganzen Opfern dieser ganzen Krise auch schuldig, da gemeinsam was daraus zu lernen und weiter voranzugehen. Mir hat es gezeigt, Kommunikation ist wichtig, wir müssen die Kommunikation miteinander stärken, wir brauchen den europäischen Austausch und europäische Debatten und ich hoffe, wir haben noch viele von diesen gemeinsamen Veranstaltungen und gemeinsame Projekte, wie wir sie bisher mit der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführt haben, wie wir sie weiterhin durchführen werden und ich glaube, gerade die nächsten Monate werden da entscheidend sein, in Europa wirklich zu schauen, dass wir die richtigen Schritte mit einleiten. Vielen Dank und damit gebe ich weiter an Ellen. Vielen Dank, liebe Susanne, für deine sammelnden Worte, auch, du bist jetzt hier noch mal eingeblendet mit deinem Logo, das ist sehr schön, von meiner Seite natürlich vor allen Dingen ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, an alle Teilnehmenden, ich glaube, wir haben sehr deutlich Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft formuliert, aus unterschiedlichen europäischen Sichten und vor allen Dingen mit Blick auf die Frage des Green New Deal, der Nachhaltigkeit, der ökologisch-sozialen Nachhaltigkeit, großer Investitionspakete, wir haben Erwartungen formuliert im Bereich von Asyl und Migrationspolitik, es ist ja für Oktober ein erster Gipfel angekündigt, wir werden sehen und wir werden das auch begleiten, nicht nur sehen, sondern auch aktiv uns dazu äußern und ich danke auch nochmal für die sehr intensive Runde zum Demokratieschutz, ich glaube, dass wir da viele Fragen gesehen haben, an denen wir als Heinrich-Böll-Stiftung aber auch insgesamt weiterarbeiten müssen und weiterarbeiten können und wo wir auch unsere Fragen und unsere Adressen an die deutsche und die europäische Politik weiter richten müssen. Vielen Dank an alle, die im Hintergrund gewirkt haben und vor allen Dingen natürlich an die Dolmetscherinnen, die richtig viel zu tun hatten. Vielen Dank und weiter, wir sehen uns auf www.böll.de Vielen Dank.